ja wenn wir jetzt on keine ahnung wenn wir jetzt gleich mal hier im ding sehen irgendwann muss das ja kommen irgendwann wird sich das bild ändern keine ahnung wollen wir das mal refreshen hier eigentlich müsste da jetzt mal was kommen live da steht live live heißt ich bin da und ja vielleicht passiert dann irgendwann auch mal was eigentlich müsste da jetzt mal was kommen live da steht live live heißt ich bin da und ja vielleicht passiert dann irgendwann auch mal was da steht live heißt ich bin da und ja vielleicht passiert dann irgendwann auch mal was eigentlich müsste da jetzt mal was kommen da steht live live heißt ich bin da und ja vielleicht passiert dann irgendwann auch mal was eigentlich müsste da jetzt mal was kommen also ich Vielen Dank. Dann müssen wir noch ein paar Sekunden Geduld mit mir haben, weil ich im Augenblick auch noch ein YouTube-Video gemacht habe und hochgeladen habe. Nein, ich bin beim Rendern, beim Zusammenschneiden kracken Dingsbums. Na ja. Die Dauer auf Bleiberei hat nun ein Ende. Da ich heute Morgen nach 4 Uhr irgendwie eingeschlafen bin. Und 2,5 Stunden gepennt habe. Habe gleich Ende des Experiments nach ca. 81 Stunden wach sein. Aber es geht weiter. So, ja. Ich habe heute so geschrieben, damit jeder das auch schwarz auf weiß oder bunt auf weiß vor der Nase hat. Heute Morgen bin ich ja auch mal bei einer meiner Pausen. Und dann irgendwann werde ich wach. Hey, was läuft denn jetzt hier ab? Und dann gucke ich so um mich etwas verstört. Da mitten in der Nacht und keiner. Ich wusste gar nicht mehr, sowas hätte man irgendwie getrunken gehabt. Und hatte ich ja gar nicht so. Also immer ein, zwei Flaschen oder so. Jedenfalls war dann gut auf die Uhr und dann war dann plötzlich klar, ich habe geschlafen. Und dann habe ich dann auf dem Chat Dings hier geguckt, hier auf mein, auf dieses Nightbot Ding. Wann ich dann angekündigt hatte, wieder on zu sein. Und siehe da, die Gesamtzeit, also ich wusste gar nicht mal wann ich eingeschlafen bin oder völlig weg gewesen. Und dann siehe da, ich habe zweieinhalb Stunden geschlafen gehabt. Heiß natürlich dann irgendwann ist Schluss gewesen. Und, äh, Mittagessen, ja. Ja, die Nacht habe ich dann, also Moritz, nee, habe ich eben genau nicht durchgestreamt. Wie die Nächte davor eben. Sondern ich war dann irgendwann wirklich eingepennt. Und dann ist da dieses Dauerwachsein ja eben beendet, faktisch. Also, äh, ja. Also, ich hoffe, dass ihr da auf die Art damit leben könnt, dass jetzt erstmal wieder normales Streamen angesagt ist. Und nicht immer Streamen im Sinne von, ich mache 200 Stunden an einem Stück. Können wir natürlich gerne nochmal wieder versuchen, so ein Ding, wer am längsten kann oder, ne, wer den längsten hat. Äh, ja, so in der Art, ja. Ihr wisst schon, was ich meine. Das heißt, also jetzt spielen wir erstmal für ein ganz normales Minecraft. Und ich, äh, aber im Augenblick ist es noch ein bisschen schwieriger als sonst. Weil ich im Hintergrund ja gerade diesen Video, den ich dazu gemacht habe, den rendere ich gerade. Und muss den dann auch noch uploaden. Was uploaden werde ich heute Nacht machen, wenn ich dann normal wieder penne. Ich muss auch wieder an so einen normalen Biorhythmus zurückfinden. Und, ähm, so dass das dann morgen als normaler Video auf YouTube zu sehen ist und nicht als Kopie von Streaming. Naja, könnt ihr euch dann ja angucken, soweit ist noch nicht. Bis dann erstmal, äh, was das YouTube angeht. Jetzt gehe ich wieder streamen oder was heißt hier, äh, spielen. Und, äh, dann muss ich erstmal mich wieder selber organisieren, was ich denn eigentlich jetzt will. Als erstes will ich jetzt so eine komische Pillen nehmen, damit meine Stimme wieder ein bisschen besser wird. Die ist nämlich etwas angeschlagen. Aber, ich denke, das kennt ihr schon von den letzten Tagen und Stunden. Dann komme ich, mein, heute Morgen war der Server dann auch irgendwann weg, also dieser, auf den wir gemeinsam spielen. Da muss man erstmal gucken, ab wann der dann wieder zurückgesetzt wurde oder wie weit. Moin, moin, weil ich hatte dann ja versucht, hier dieses Awakened Draconium zu machen. Das ist mir in einem ersten Anlauf nicht gelungen. Ähm, ich nehme an, ich war einfach schlicht zu müde, das ordentlich zu organisieren. Ne? Aber es kommt ja vor. Jedenfalls war es eine super Erfahrung eigentlich mit euch. Also jetzt nicht nur mit euch, sondern allen. Ähm, selbst mit den Idioten, auch das war natürlich eine Erfahrung. Was ist das? Connection lost, timed out. Ähm. Ich glaube, ich muss da mal in, in Teamspeak und mal gucken, was denn da läuft. Wo das Problem ist. Hm. Das verstehe ich jetzt gar nicht. Was denn da das Problem ist. Mal gucken, ob da einer on ist von den, von den Oberschlaubeern. Ja, besser. Ähm. Bis was, auch ja, ist AFK. Hm. Hartmut, ja. Hm. Tja, macht dir das Spaß, Minecraft zu spielen? Ja klar, das will ich nicht machen. Ich mache nur Sachen, die mir Spaß machen. Ich mache überhaupt gar nichts anderes. Manche Leute bezahlen mich auch noch dafür. Und das subsumiere ich dann unter Arbeiten. Aber, ne klar, macht Spaß. Nur letztens habe ich jetzt 81 Stunden durchgestreamt. Mit kurzen Pausen, aber eigentlich durchgestreamt. Oder auch wach geblieben, durchgängig wach. Und das war dann heute Morgen ein bisschen problematisch. Ja, der GC-Erik hat mich darauf aufmerksam gemacht. So, guck mal hier, ich habe so ein Spiel, da guck dir das mal an. Also du bist so bescheuert, ne? Du kannst ein Computerspiel spielen, das ist ja totaler Schwachsinn. Da habe ich eines meiner Videos. Warte mal, ich mache das. Ich bin ja jetzt ein bisschen freier wieder als dieses Durchstream. Und ich poste mal den Link da zu dieser Frage. Muss ja eben ganz kurz mal gucken, wo ich den denn finde. Und dann zeige ich euch den. Moment mal, wie komme ich denn hier überhaupt? Ich muss das erstmal finden. Ich verlinke euch den jetzt hier in dem Ding. Naja. Manager. Moment mal. Wollen wir mal gucken, ob ich das so schnell finde oder automatisch hier. Ah ja, genau, genau. Den meine ich. Den meine ich. So. Wo bin ich da jetzt hier? Da. Also ich werde die Tage mal ein Video machen. Über die meistgestellten Fragen hier. Und das stelle ich bei YouTube als Video hoch. Und dann könnte er, das verlinke ich dann hier nur noch. Alle 10 Minuten kommt ja der Hinweis. Wenn du mehr wissen willst von mir, dann lag das mal hoch. Aber ich muss erst mal, damit ich klarkommen. Ich gucke mal hier. Ich weiß nicht, ob das geht. So ähnlich war es. Mir ist so ähnlich. Wie habe ich meine Craft kennen gelernt. Nicht ganz, aber etwa so. Na so. Funktioniert. Ich kann Links senden. Hier nicht. Weiß auch. So. Jetzt kann ich das Ganze hier zur Seite schieben. Ich wollte mich mal drum kümmern. Ja, wie ich denn jetzt hier überhaupt weitermache. Weil es kommt irgendwie nicht. Dann Server is down. Ja, ja. Ich bin gerade dabei zu gucken, ob ich irgendeinen finde, der mir da helfen kann. Da sehe ich aber noch niemanden. Der auch nur irgendwie Ahnung hat. Ja, unsere Ahnung haben wir für einen oder andere schon. Aber es nützt ja nichts, wenn die keine Möglichkeiten haben, den Server zu starten. Tja. Was haben wir hier denn überhaupt? Große Montag, 12 Uhr. Die Leute sind alle ob Jück. Die sind ob Zug. Die sind am Kamelle am Sammeln. Ich glaube, oder am Schumke und am Viere. Ich denke mal, wir werden also den länger Zeit jetzt erstmal nicht haben. Vielleicht bis heute Abend. Wann soll man ihn an, den man startet. Kannst du denn den pingen? Ja, ich kann mal gucken. Hier, der hat also hier prinzipiell, nein, der technische, der physische Server ist ja vorhanden. Den kann man noch pingen. Aber der Server, der auf diesem Route quasi Minecraft handelt, der ist offenbar nicht verfügbar. Wenn ich jetzt wirklich anklicke hier, dann kommt man da nicht hin. Geht einfach irgendwie nicht, ne. Wenn du gleich sehe, so ein Timeout oder so. Und das ist natürlich ein bisschen schade, aber ich kann es ja nicht ändern. Wollen wir mal gucken. Vielleicht hat er jetzt den Durchblick, aber ich glaube eher nicht, ne. Schauen wir mal. Na, vielleicht wird er besser jetzt? Na, glaube ich nicht. Doch, da ist was. Okay. Vielleicht war das ja nur mittags 12 Uhr Restart und ich habe es bloß nicht wahrgenommen, weil ich immer noch ein bisschen an den Defiziten des etwas längeren Streamings leide. Da ist, genau da ist, ist da. Aber ich bin jetzt auch da, wo ich aufgehört habe, so ungefähr. Das war wie eine Schweinerei, ehrlich, ne. Dann habe ich auch irgendwie keinen Bock mehr gehabt in der Situation, weil ich hatte das versucht hier mit dem Erweckend Draconium zu machen und dann habe ich dann das irgendwie, also ich weiß auch nicht. Jedenfalls ist ein Teil des Draconiums verschwunden, weil ich dann mit der falschen Pick-Axe und so, also das ist schon ein bisschen blöd alt. Aber los, muss man durch jetzt. So ein Ender-Jazz habe ich mir auch zugelegt. Da sind das noch genug drin. Guck mal hier, wie viele Dachen ich schon gejagt habe. Und dann werden wir 1, 2, 3, 4, 5, glaube ich, brauchen dafür, ein neues TNT uns beschaffen. Und dann machen wir jetzt erstmal so ein bisschen Erweckend Draconium herstellen. Wenn es dann klappt diesmal. Ich weiß gar nicht, warum es nicht geklappt hat, aber... Jungs, das habe ich versucht und das Herz, das schwebte gar nicht so richtig. Irgendwas am Aufbau war vielleicht nicht gut. Ich weiß nicht. Wir werden sehen. Ich lege den Chat gleich wieder her. Moment mal, ich muss erstmal den T... Warte mal. TNT. Moment, haben wir gleich. So. Und dann muss man das da hinten nochmal ein bisschen... Äh... Hallo. Moment, Moment, was. Ja, das Tau auch zu lange kann daran liegen, dass ich im Hintergrund jetzt auch noch meinen technischen Server hier etwas überlaste, weil ich heute Morgen noch ein Video aufgenommen habe. Also nicht nur streamen, sondern ein Tutorial oder, naja, YouTuber-Server-News halt. Damit die ganzen Leute auch wissen, hey, was passiert da eigentlich. Ja, ist klar. Naja, und das habe ich ja nicht... Gerade bin ich das am Rändern im Hintergrund. Möglicherweise... Warte mal, der sieht schon fertig aus. Warte mal eben. Oh ja, ist schon fertig. Ja, cool. Dann ist die... Dann ist dann jetzt sozusagen die Maschine, auf der ich spiele, hier nicht mehr ganz so belastet. Hm. Aber ich tue euch natürlich jetzt nicht das an, dass ich den jetzt hochlade. Dann ist die Bandbreite zu. Das mache ich dann heute Nacht mal, wenn ich dann am Pennen bin oder so. So. Zockst ja schon wieder. Ja, klar. Betrieb streamt wieder und schickt gleich wieder Leute rüber. Hey, die braucht ja doch selber oder nicht? Oder hat ja zu viel Luft. Also herzlich willkommen. Soll ich bloß anständig benehmen hier. Sonst gibt es... Hau, ey, echt. Ne, ich habe ihn auch erwähnt. In dem Video, den ich jetzt hochlade, habe ich ihn und diesen Wensi-Winzi oder wie auch immer da heißt, Kraft da, habe ich erwähnt, so nach dem Motto. Die haben ja Leute geschickt und ich habe ja gar nicht verstanden, worum es geht. Das ist ja auch so. Warte mal. Jetzt muss ich mal gucken, wo ist das TNT? In welche Ecke ist denn das? Warte mal, ich muss jetzt mal gucken. Wo ist der Schalter? Na, da ist der Schalter. Das heißt, das TNT muss da hin. Es darf jetzt nicht explodieren. Und jetzt muss ich nochmal eben diese Daconium-Dinge da, die muss ich ja machen und auch aufladen. Es könnte allerdings sein, dass ich etwas falsch gemacht habe. 1, äh, was war das jetzt? Quatsch. 2, 3, so, die kommen wir bei mir in meine Schatulle. Ich habe heute Nacht ein paar von diesen Ender-Dragons gekillt und da kommt ja immer so ein bisschen Draconium raus, so was ich 30, 50, 60, so was in der Art. Das ist natürlich nicht viel, aber wenn du 100 Drachen killst, dann ist er auch eine Menge. Also jedenfalls habe ich keine Lust, ohne Erweckend Draconium-Rüstung geht es da hinzulatschen, irgendwo einen Chaos dran zu töten oder irgendwelche Meteoriten zu sammeln. Zumal das den Server auch einigermaßen belastet, wenn man da durch die Gehen fliegt. Leiden wir die Dinger erstmal auf. Guck mal, geht gerade, ist sofort fertig. Das ist der Vorteil von diesem Draconische Kugel, dass die ja doch relativ viel Energie hat. Guck mal, selbst jetzt hat sie noch einigermaßen, also, so, man wird viel Spaß, muss arbeiten. Ja, also, hau rein, einer muss das Brutto-Sozialprodukt ja verdienen, mach das mal. Er heißt Wenigkraft, ja. Keine Ahnung, schöne Grüße an ihn. Ich habe ihn in meinem YouTube jetzt erstmal erwähnt, irgendwie wie mir der Name gerade einfehlt. Und wenn er damit ein Problem hat, dann kann er einen Kommentar dazu schreiben. Also, heute Nacht wird das hochgeladen, denke ich, und so, dass er das morgen dann gucken könnte. Das sind einfach nur so ein paar Gedanken, über das Zusammenspiel hat, wie man Twitch und YouTube jetzt miteinander verbinden kann. Also, das ist ja für mich eine ganz neue Erfahrung. Die ganze Dynamik. Wir haben das ja in den letzten Tagen ja auch erlebt, dass das manchmal gut geht, manchmal schwierig ist, manchmal sehr lustig ist, manchmal aber auch ein bisschen nervig. Und all das muss ja miteinander verbunden werden, dass auch die Qualität der Tutor uns nicht leidet oder so, dass meine Stimme nicht kaputt geht. Ich bin die ganze Zeit der Pillen am Futter an mir. Aber gut, so. So. Das ist das Bitte nicht schlagen, weil ich kurz... Boah, was hat er denn für Probleme? Was hat er denn? Wer hat Kölsch erfunden? Keine Ahnung. Musst du mal googlen, ey. Vielleicht war das, äh, die total angeheiterte Agapina, die quasi ihren Alkohol, den sie mit Wein und sonst wie Sekt bekommen hat, die waren ja vielleicht auch schon Sektrinkersekt, das wusste sie bloß noch nicht. Also jedenfalls, ähm, dass sie den Alkohol dann irgendwo hingekippt hat und dass man das dann zu Kölsch gemacht hat. Ich weiß ja nicht. Also, ähm, so. Ähm, achso, jetzt wollte ich hier hinten dieses, dieses Ding hier. Da unten drunter ist das Explosionsraum. Hm, da drüber sollen jetzt diese Dinger hier. Wenn das jetzt wieder nicht klappt, muss ich mir irgendwas einfallen lassen. Da muss ich doch dieses Buch mal craften. Hm. So, also müsste normalerweise müsste es jetzt so sein, wenn ich da jetzt das Herz drauf schmeiße, dann müsste das eigentlich, naja, also, fällt dir was nicht um, liegt nicht da, dreht sich. Wir können es ja mal versuchen, ne, also irgendwie. Strom drauf, gucken, gleich explodiert das Ding und dann muss es weitergehen. Hm. Das passiert aber nichts. Das Herz muss normalerweise jetzt nach oben gehen. Tut's irgendwie nicht. Ich denke, das hat nicht funktioniert. Keine äh, was? Achso. Führer, bis wann hast du eigentlich gestreamt? Bis zu lange Pause? Ich, das war, glaube ich, hm, 4 Uhr heute Morgen. Und dann wollte ich hier Pause machen. Und dann war dann irgendwann Schluss mit Pause. So, jetzt wollen wir mal gucken. Dieses komische Ding mal einsammeln und, ähm, diesmal mit der richtigen Spitzhacke die Dinger abbauen. So. Ähm, ich muss mal eben ganz kurz hier noch was verändern an der Durchsage, die immer kommt. Diesen Nightbot-Dingsbums oder wie das heißt. Ähm, bei diesen Timers. Hm, den muss ich ja stoppen. Das macht ja jetzt keinen Sinn. So, da bin ich wieder. Äh, gut. Ich denke mal, ich muss dieses Ding hier Wettel neu bauen, dass es vielleicht nicht groß genug ist, dass man in dem Dünn mehr Platz hat oder sowas. Kann man ja machen. Ähm, ähm, ähm. Morgen bin ich wieder da, frisch ausgeschlafen. Ja, morgen bin ich auch wieder da, frisch ausgeschlafen. Das heißt, nee, nach der Arbeit morgen. Also, irgendwann im Laufe des früheren Abends. Ich denke, so ab 20 Uhr morgen. Also, heute bin ich ja wieder da, aber morgen. Ich würde es ja noch mal sehen. Ähm, ja. Also, ich muss meine Stimme ein bisschen schonen, wie ihr merkt. Die hat aber einiges abgekriegt. Aber gut, kann man ja mit Lim. Jetzt bauen wir das Ganze mal was größer her. Sonst muss ich mir noch ein paar Obsidian besorgen. Jetzt machen wir das hier unten. Machen wir 3x3. Und dann so ein Becken drumherum. Damit hier nicht die ganze Gegend in die Luft fliegt. Und dann muss ich mir noch mal so ein TNT machen. Dann probieren wir es noch mal. Äh, ist das leer. Kein Opsi mehr. Habe ich irgendwo anders Obsidian? Ich weiß gar nicht. Dann muss ich mir jetzt noch welches holen. Mal gucken hier. Naja, ist kein Opsi. Ich brauche dringend mein ME-System hier an meinem Schiff. Aber da sind wir ja auf dem Weg. Ich wusste doch, dass wir irgendwo noch was haben. Was? Nimm einen Hustenbonbon. Ja, ja. Ja, das habe ich ja. Ich bin ja dabei. Da habe ich keinen Hustenbonbon. Da habe ich mir von der Apotheke am Samstag extra was für viel Quassler beschafft. Extra. Ich bin zu der hingegangen. Habe gesagt, hör mal. Ich muss ziemlich viel Quasseln. Meine Stimme ist im Eimer. Ich muss weiter Quasseln. Dann sehen wir uns zu, dass das jetzt geht. Und zwar nicht irgendwann, sondern sofort. Guckt die mich mal an. Und dann meinte sie, ja, ich benutze auch sowas hier in der Apotheke. Ich muss ja auch viel quatschen. Und je nachdem, wenn da irgendwie zu viel Quatsches hat, dann hat die ja auch Probleme. Ich nehme mir das. Und das hat die mir so ein Röhrchen hier in der Hand gegeben. So ein Zeug hier. Habe ich direkt eins genommen. Ich habe gar nicht danach gefragt, was es kostet. Das interessiert mich ja gar nicht. Das ist scheißegal. Und dann habe ich erst mal eins genommen. Ja, ab geht's. Und nur deswegen kann ich überhaupt noch reden, weil sonst ist das ja schon Stahl schon lange weg. So. Jetzt machen wir die Dinger mal rundherum hier. Und gehen mal kurz noch ein bisschen TNT machen. Jetzt habe ich gar kein Pulver bei. Da muss ich auch mal Pulver mitnehmen. 1, 2, 3, 4, 5. So, die kommen rüber, die kommen rüber, die kommen rüber. Gold brauchen wir nicht. Wir müssen gleich mal ein bisschen nach dem Reaktor gucken, ob der noch ein bisschen Strom hat. Aber es ist merkbar, wie das im E-System ausfällt. TNT Schubs. Ja, damit. Dann packen wir das mal genau in die Miete. Das heißt, das Schalter hier unten. Na, scheiße, ne? Weißt du, das habe ich gar keine Miete hier, oder? Ja, ist ja gut. Machen wir mal Formel des. Wo ist die Mitte? Da ist sie nicht. Da ist sie nicht. Aber da. Dazwischen. Noch nicht anstellen, ist klar. Lass mal das große Herz hier draufschmeißen. Und jetzt mal. Ah, ich glaube jetzt. Ah, das war das falsch gebaut. Ah, okay. Dann saugt er das jetzt ein. Seht ihr? Zub. Und dann geht es gleich nochmal ein Bums. Mach mal. Ah, sieht gut aus, ne? Bombs. So, was ist Minecraft, PvP? Das ist einfach nur auf der Maus rumklicken. Wieso spielst du kein normales Minecraft? Wie PvP oder Bauen? Ich weiß nicht, ob normales Minecraft PvP oder Bauen ist. Also, ich baue ja auch. Aber nur Bauen ist mir ein bisschen zu wenig. Scheiße, Axt hier. Ach, ich hätte hier umstellen sollen. Aber egal. Können wir immer noch umstellen. Jetzt habe ich jedenfalls, was habe ich jetzt? Ich habe jetzt hier dieses Zeug hier. Wie heißt das noch? Awakened Draconium. Also, jetzt müssen wir natürlich gucken, was man damit macht. Weil, wenn ich davon eine Rüstung haben will, also nicht die Stuff of Power, die mache ich mir noch nicht. Das Wichtige ist, eine Rüstung zu haben. Da muss man dieses Awakened Draconium jetzt hier mal auseinander. Jetzt haben wir 36 Stück davon. Ja, guck mal. PvP ist sowieso nicht mein Ding. Also, machen wir auch wieder mal mit diesen Border Games. Aber, naja. Naja, im Snapshot dann auch nicht mehr, was auch immer damit gemeint ist. Aber ab 9, 1, 9 kommt mehr Taktik dazu. Ja, könnt ihr ja alles machen. Kennst du Angel PvP? Wieso? Haben die Engel, die sind doch lieb. Die sind doch da oben mit dem lieben Gott da rumschweifen und nur am Tröten. Wieso PvP? Oder haben die einen Ausflug in die Hölle gemacht, oder was? Angel PvP. Nö, kenn ich nicht. Achso, jetzt wollte ich mal gucken. Wir müssen da jetzt, wenn wir hier dieses Draconik-Dings von uns haben wollen, dann müssen wir mal sehen, dass wir hier den Wo haben wir denn überhaupt diese ganzen Rüstungsteile? Nö. Wo haben wir die ganzen Rüstungsdinge? Seht ihr das? Achso, da. Draconik-Helm. So. Angel Fishing Road. Ich dachte, unser Bundeskanzler heißt Angel. Also. Lass mich mal eben hier dieses Crafting-Rezept so ein bisschen gucken. Okay, das sind vier. Das sind vier. Fünf, sechs, sieben, acht. Acht. Acht, neun, zehn, elf, zwöl. Ne, acht. Acht, acht und sechzehn sind vierundzwanzig. Von diesen, äh, ähm, ähm, boah. Von diesen vierundzwanzig Draconik-Cores. Und, ich komme da gleich drauf, ähm, auf den Städten nochmal. Ich will eben mal kurz hier mal zusammenzählen, ja. Eins, zwei, also sechs. Sieben, acht, neun, zehn. Zehn. Elf, zwölf, dreißen, vierzehn, fünfzehn. Fünfzehn von diesen Dingern braucht man. Ich habe 36, heißt. Zwei Teile der Rüstung kann ich schon mal machen. Und dann muss ich, äh, bei Zeiten nochmal ein paar, äh, von diesen Drachen, äh, killen, um dann, äh, Draconium-Ohr zu bekommen. Oder irgendwo Farben geben jedenfalls, dass ich davon genug habe, um weitermachen zu können. So, äh, düpp-düpp. Das wollen wir mal gucken. Ich spiele, hallo zusammen, ja, hi. Äh, Wetter, äh, pfff, lohnt sich nicht. Ähm, das ist auch so gewesen, deswegen habe ich auch diesen Stream jetzt hier über Karneval gemacht. Das Wetter war scheiße. Bis auf ein paar Stunden, äh, und, und, und Donnerstagmorgen war ich ja sowieso in-house. Da war mir das egal, aber Partyfeier, ne. So, ich spiele seit einem halben Jahr kein PvP mehr. Ja, und? Ich habe nach einiger Zeit gemerkt, das ist fast nur noch kleine Kinder. Ja, ja, es ist so. Die müssen sich, wir haben Schulhof, äh, ne, die hauen sich die Köpfe ein. Umso beknöpter, umso geiler. Also, na, egal. Ja, klar, Minecraft hat mir immer noch Spaß, ja, weil Minecraft ist ja nicht nur auf den Kopf hauen. Da gibt es ja auch noch ein paar andere Leute, ne. So. Hirschi, wie findest du eigentlich die neuen Designs der Dracone? Ja, also ich fand die vorhergehende besser. Ich glaube, man kann es auch irgendwie umstellen, aber ganz genau weiß ich es nicht. Aber, also ich fand die vorhergehende, äh, ja, besser. Aber das ist Geschmackssache. Du kannst, was? Du kannst vielleicht im Stream Tutorials zu Tech-It-Light machen. Aber sagen wir mal so. Tech-It-Light ist ja ein Mod-Pack. Das besteht ja aus vielen und verschiedenen Mods. Zu den einzelnen Mods kann ich natürlich Tutorials machen. Habe ich auch. Für Tech-It-Light habe ich schon ziemlich viele Tutorials gemacht. Die habe ich bloß nicht unter einer Playlist Tech-It-Light, weil das hatte ich damals mit dem YouTube noch nicht so ganz drauf. Das ist schon mal eine Zeit lang her. Aber es gibt ganz, ganz viele Tech-It-Light-Videos. Da kannst du gucken. Und wenn du dann noch was zu bestimmten Mods, wenn dir irgendwas fehlt, dann kannst du ja hier ingame mal fragen, ob ich da was zu weiß. Aber ich kann jetzt nicht hier von Infinity mal eben kurz auf Tech-It-Light umstellen, nur um da in Tech-It-Light, äh, irgendein Tutorial für irgendwas, ne. Also das ist, Tech-It-Light ist Vanilla 147. Das ist bein alt. Also aus Sicht von Infinity natürlich, ne. Also das machen wir erstmal nicht. Aber wie gesagt, kannst du, wenn du was spielst, nicht weißt. Ich habe da einen Ofen, da muss ich die Kohle rein tun. Wie rum mache ich das? Weiß ich auch nicht so genau, aber gucken wir mal. Krieg ich auch schon hin, ne. So, Petri-Armee, was auch immer, DR-Test, hi moin moin. Ja, ist klar, danke, ja, ja, klar. Ne, wenn man helfen kann, gerne, ne. Aber muss auch irgendwie Sinn machen. Naja, nicht zu fast jedem. Also viele Sachen, da habe ich angefangen, so Blackmagic und Witchery und so. Aber dann ist das immer wieder abgebrochen worden, weil dann der Server irgendwie umgezogen wurde oder die Welt kaputt war oder, ne. Da werden wir aber wieder hinkommen, also ganz locker bleiben. Also da kommt alles, ne. Ja, ja. So. Also, jetzt hatte ich gedacht, davon können wir zwei machen. Das heißt, wir müssen jetzt mal gucken, wenn man noch, schade, eigentlich, eigentlich, wenn ich heute Morgen diesen Scheiß nicht gemacht hätte, das falsch abgebaut hätte, dann hätte ich jetzt Full-Drakonik. Das könnte ich dann wahrscheinlich haben. Aber wir müssen mal gucken, wir müssen noch ganz viele von diesen, wir müssen ganz viel Drakonik noch haben. Guck mal, 15, das reicht natürlich für gar nichts aus, ne. Also, wir können diese Herzen gar nicht umwandeln. Wir müssen erstmal ganz, ganz viele Drachen killen, bevor wir da eine Chance haben, genug Draconium zu haben, um weitermachen zu können, ne. Gut. Heißt für mich, ich gehe jetzt mal ins End. Ich meine nämlich, ich hätte sechs Drachen, äh, 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 nicht Drachenherzen, sondern das erste Dracheneier gehabt. Und, äh, irgendwie ist mir da eins abhanden gekommen. Mal schauen, oh, guck mal hier, die ganzen, hab ich heute Nacht alle gemacht, guck mal hier, und die ganzen Brunnen hier. Ganz viel Platz gemacht. Aber mal gucken, da muss, wenn, da müsste irgendwo so ein Drachen, äh, einer rumfliegen, oder ist es halt, ihr wird einen der Brunnen gefallen, oder mir sonst aus dem, das sind alles so Dinge, die ich habe heute Nacht alle gemacht. Ähm. Also, ich sehe jetzt kein, kein weiteres, ähm, Drachenei hier rumfliegen. Und wir müssen natürlich, äh, Minecraft, Minecraft, Minecraft for the win, fertig. Nein, ich spiele auch mal hin und wieder andere Sachen, aber da bin ich nicht gut genug, dass sich das lohnt, also davon Filme zu machen. Ach so, was ich machen wollte, das gehe ich jetzt mal eben nochmal zurück, um, da wollte ich mir noch was, äh, so ein Scope gemacht haben. Ähm, und wir müssen eine Farm haben für, mit Auto, mit, mit Auto-Dingswumms, weil hier die ganzen Schafe sind weg, ich weiß gar nicht, was die alle gemacht haben. Ich nehme an, da haben die irgendwie rumgeballert und rumgetrollt und, äh, sich gegenseitig den Kopf reißen, weil sie die ganzen Schafe weg, hier waren ein paar, paar Schafe drin. Äh, was ist denn mit dem Ding hier? 51, ja, das reicht ja noch. Ähm. Wir brauchen ein bisschen Wolle. Ja, aber drei, ja genau, altes Life, ja, ja, genau, genau. Moin, moin. Ähm, irgendwie Wolle, wir müssen, ich gehe gleich mal, ich gehe gleich mal, ich gehe gleich mal mit dem Farm, ein paar Schafe grillen, da habe ich dann Wolle. Aber hier ist noch ein bisschen Scope, ach, den hätte ich auch gleich nehmen können, echt blöd. Okay. Moin, moin. Äh, ja. Also, wieder zurück ins Ende, ne. Ne, ich mache noch, ich gucke mal, ob ich noch so ein Scope hinkriege. Wohl. Ah, guck mal, Wohl, auch 110 Wohl, dann kriege ich mal ein Scope locker hin. Dann werden wir das auch mal machen. Ähm, Scope. nochmal zwei, drei davon, ne, das kann ja nicht schaden. So. Okay, ab ins Ende. Denn, ich wollte im Ende jetzt noch was gemacht haben, was ich wichtig finde. ey, sonst hast du keine Schmerzen, oder was? So, wir wollen mal ganz kurz hier ein bisschen umschalten, damit hier nichts passiert an den Dingen. Ey, was ist denn hier wieder ab? Ich hab, ich hasse, dass sie da irgendwelche Vollidioten auf einem rumnerven. Das ist genau, wenn sie Spieler so Trollscheiße machen, ey, das geht doch mal auf den Sack, ne. Ja gut, aber kann man, das kann man ja machen mit dem Troll, hin und wieder, wenn man vorher vereinbart, dass man das so macht, ne. Dann, wenn man das einfach einfach nur macht, ohne dass der andere da einwilligt, vorher, gehört sich, das ist ungezogen, empfinde ich. So, aber, warte mal, so wollen wir mal gucken. Was bringen diese Kubanz mit dem Ausrufenzeichen und welche gibt es? Also, erstens, die bringen irgendwie, was, was da, einer von uns reinprogrammiert hat, der Patrick zum Beispiel, und welche gibt es? Keine Ahnung. Sorry, ich kenne das noch nicht, ich auch nicht. Leute, man könnte meinen, dass es niemand Ältestes im Chat gibt als dich. Äh, keine Ahnung. Da gibt es immer einen, der heißt Daddy of Merkel oder so ähnlich. Also, wenn die Merkel jetzt so gefühlte 95 ist, weil aus der Pubertät ist die bestimmt raus, dann ist der Daddy von der, könnt ihr euch da überlegen, also dann bin ich ganz, im Verhältnis dazu komme ich gerade aus der Scheiße von meiner Windel rausgeschwommen, ja. Babywindel, jetzt nicht Altenheim, ja, also, so. Guck mal hier, die ganzen Bienchen, Bienchen, Sum, 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 die nehm ich jetzt mal mit hier, die ganzen Bienen, denn, ähm, guck mal, noch mehr vorhin, was, bitte, was, bitte sag, meine Namen, laub, wenn ich schreibe, schreibe, tapp, dup, kommt, ne, also, was läuft denn jetzt ab, ehrlich, ne. Ich habe keine Ahnung, was da kommt, Meister, Offiziell, Parrot, woher soll ich das wissen, ich kenne Twitch und diese ganze Sache, eigentlich, ich streame ja auch die ganze Zeit, das heißt ja nicht, dass ich Twitch kennenlerne, sondern wenn ich streame, lerne ich Twitch genau nicht kennen, sondern ich streame, also ich habe von Twitch überhaupt keine Ahnung, also null, also, äh, oder sag mal, 0,5% von dem, was man wissen könnte, und deswegen kann ich solche Fragen gar nicht beantworten, weiß ich nicht. Ach so, das kann man irgendwie rauskriegen, aha, okay, ich suche jetzt eigentlich diese komischen, äh, Hives hier, aber ich habe schon einen, dass da keine mehr sind, die man haben kann, ähm, dann nehmen wir die einer, die noch da sind, nämlich die anderen, die hier unten sind, so, was, ich weiß schon, wenn du es liebst, dann lernst du höchstens Minecraft gehen, auch das nicht richtig, aber vielleicht, schauen wir mal, so, ähm, was haben wir denn hier, genau, hier sind wir richtig, genau, da waren auch heute Nacht über Leute, die irgendwie, dass ich Musik mache, ich habe keinen Bock auf Nerven mit, Nerven mit, mit GEMA und irgendwelchen, Abmahnanwälten, ja, und wenn du Musik haben willst, dann ist es am einfachsten, ihr sucht euch die Musik aus, die ihr schön findet, und die hört ihr euch an, dann ist das gut, oder sehe ich das falsch, warum soll ich mir den Stress mit ihm, so Müll machen, mit diesem, 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 dem GEMA Schrott, das macht doch überhaupt keinen Sinn, ich weiß, es gibt kostenlose und freie, und so, hat man durchdiskutiert, in Deutschland gibt es nichts, was frei ist, außer, der Eigentümer gibt es frei, und der Eigentümer kann sich das jeden Tag anders überlegen, egal ob Twitch auf dem Mond ist, oder in den USA, oder, solange du in Deutschland da bist, bist du in Deutschland, und dann war es das, wer das anders meint, der hat keine Ahnung von Joosten, wie, dann kommt gleich dein bester Freund, die GEMA, ey, official parrot, wenn das dein bester Freund ist, ne, dann werde ich dafür sorgen, dass du auf allen Servern gebannt wirst, ne, ehrlich, sowas kann man doch nicht als Freund haben, noch nicht mehr im Scherz, moin moin, der ist selber singen, ha, pfff, habe ich ernsthaft vor, aber die Leute, die mich bewahrt kennen, wissen was das bedeutet, das ist kurz nach der Atombombe, ich muss gleich, leiser reden, Leute, ich finde das, höchstgradig amüsant, mal wieder in den Chat, aber, ähm, wenn ich singe, ne, ich glaube, das ist dann kurz vor Tsunami oder sowas, ja, ja, alles klar, so, ähm, das gehen wir mal an den da, diesen Amethystquatsche will ich nicht haben, weil angeblich ist der ganz gut, aber ich habe noch nicht ganz verstanden, wofür der gut sein soll, wenn ich draconik Rüstung habe, dann brauche ich, äh, warte mal hier, den muss ich ja haben, brauche ich die ja nicht, was benutzt du zum Fliegen, ja, ich habe diese draconik Rüstung an, und dann habe ich noch einen Angel Ring, also, hier, guck mal, warte mal hier, wirst du hier diesen Angel Ring, siehst du das, damit kann ich durch die Gehen fliegen, was, ein Versuch, wenn ich singe, ist es wert, nee, das willst du nicht wirklich, ne, das willst du nicht wirklich, das ist die Viva Rüstung, genau, und die full draconik kann ich mir deswegen noch nicht leisten, weil ich heute Morgen Mist gemacht habe, da habe ich, äh, äh, draconium, warte mal, 3,9, 27 draconium quasi in die Luft gejagt, weil ich zu dämlich war, äh, aber macht nichts, wir kriegen ja neue, ich werde so viele von diesen komischen Drachen killen, dann habe ich genug davon, wenn ich, wenn ich 50 drachen kille, 50 mal, äh, sagen wir mal 20, 30, äh, draconium, und das reicht, 50 drachen kille ist für mich kein Thema, das kriege ich hin, das ist nur eine freie Zeit natürlich, logisch, ne, wenn ihr euch jetzt fragt, was ich hier unten mache, das ist ganz einfach, ich sammle Bienen, so, ja, mach ich auch gleich, aber nicht nur die Uhrzeit schon, ehrlich, ne, ähm, ja, wo haben wir denn noch welche, hinten sind auch noch welche, das ist ja cool, wir werden die jetzt alle, erstmal alle abgrasen, soweit ich sie finde, um die ganzen Bienen einzusammeln, denn die Bienen brauche ich, völlig wichtig, es ist einfacher Bienen auf die Art zu sammeln, als die irgendwo, äh, was sie auf irgendwelchen, in irgendwelchen Wäldern zu suchen, oder so, das gibt es natürlich auch, aber hier sind die, schön, da weiß ich immer, wo ich hinfliege, ich fliege da hin, hol mir die ein gutes, ne, zum einfachsten, echt, so, muss ich wieder weg, ciao, ciao, Fahrschule, ja, das ist in Ordnung, mach du mal, ich sitze hier zu Hause, mir kann nichts passieren, ähm, ähm, also ich sammle jetzt die ganzen Bienen ein, ups, da ist einer, der mich followt, irgendwie, das kann ich irgendwie gar nicht lesen, weil hier das TeamSpeak-Ding jetzt hier, da an einer falschen Stelle steht, aber trotzdem, wie dem auch immer, sei herzlich willkommen, also, keine Frage, ähm, also ich sammle diese Bienen dafür ein, damit ich diesen Drachen spawnen kann, so oft ich will, das heißt, so oft man dann eben Bienen hat, man kann auch andere Bienen nehmen, aber irgendwie Bienen sammeln ist eben wichtig, sonst geht das ja nicht so richtig, und da ich dann vorhabe, also im Laufe des Tages, oder der Nacht, oder morgen, oder wann auch immer, hier mal richtig viel zu spawnen, zu Drachen spawnen zu lassen, ähm, brauche ich halt viele Bienen, ist ja logisch, ne, welchen Platz haben wir noch, kann ich noch ein, zwei da rein tun, ich spiele jetzt zum ersten Mal, weil ich die Ticket schon alles, denke ich hier, gebaut habe, ja, achso, okay, wieso willst du dann in Ticket auch noch ein Tutorial haben, wenn du ein Ticket schon alles, entdeckliche gebaut hast, das verstehe ich jetzt zwar nicht, aber ich muss auch nicht alles verstehen, was haben wir noch, ja, ein Pärchen geht noch, so, ja, ja, mal gucken, andere ach so entschuldigung fliegt ja auch nicht immer so ganz am ende durch ja gut wir gehen halt mal gleich noch mal nur ohne gucken wir werden das end auch hin und wieder mal resetten so dass das dann wieder neu ist und so schauen wir mal homebase da muss ich jetzt die platz irgendwo schaffen für diese ganzen bienen soll mal gucken er ist am günstigsten machen ich habe das schon so eine idee ich habe deine idee zu bislang auf da so machen wir das rett 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 ok als klärchen gibt es bienen für draconium also direkt glaube ich nicht aber du kannst natürlich bienen haben für den ender dragon und dann hast du quasi ja für draconium weil der droppt ja draconium insofern also kriege das so quasi von hinten durch die brust ins auge das habe ich eine zweite und da kommen die ganzen bienchen rein so 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 nur bieten einfach nur bieten soll das doch alle gut der rest woanders hin tun ich muss nur den diet darauf bauen schwupps ich glaube da habe ich was falsch gemacht wenn ich vorher den diagrauf tun können aber gut äh ender chips kann man gar nicht genug haben wo ist das problem werden wir schon lösen lassen lösen das ende das problem lösen wir das ist schon keine probleme für mich haben ich schon ganz locker in der hand lassen wir das mal ich musste jetzt nur mal gucken da haben wir weniger platz müssen hier noch ein paar hinstellen guck mal hier geht auch ne ach guck mal hat einer was drin ne will ich aber nicht aber guck mal noch ein bisschen rotes zeug irgendwo hab blümchen rote blümchen ich bin mir allerdings nicht sicher dass ich irgendwo rote blümchen habe da müssen wir jetzt mal ganz kurz in die irgendwo rote blümchen sammeln die sammeln ich mal einfach ein hier da ist noch ein bisschen drücken hey wir haben noch mehr drücken dann krieg doch mal rüstung hallo leds leserstüt leserstüt herzlich willkommen ich habe jetzt gerade noch ein bisschen drücken in meinen kissen gefunden irgendwie cool aber trotzdem baue ich jetzt erstmal scheiße ähm dingens bummens hier vor allem bummens dingens fahrzeug fuck the duck fuck the duck ey ehrlich ne nützt mir gar nichts ne müssen wir mal irgendwo so ein komisch rote blümchen mal finden da ist ein nehm mal die ich glaube da kommt nur eins raus warte mal ich brauch aber zwei ja ich wusste kommt nur eins raus scheiße die haben doch hinten so ein komisches botania zeug überall rumstehen ne den neunt der zwei hat vorerst will ich nicht das mach ich doch nicht kaputt das portal hier guck mal da haben die doch bestimmt so guck mal da ach da sind doch guck mal hier da können die bienchen da wieder neue pflanzen da haben die endlich wieder platz um was zu tun ey da schmeißen wir die jetzt mal auch mal hier rein sup und dann werden wir erstmal unsere sachen retten da he so automa stimmt kann man das automatisieren ähm ja das wenn man entsprechend ähm wenn man entsprechend ähm sagen wir mal die technik dazu hat kannst du diesen ganzen herstellungsprozess von bienenzeug natürlich äh äh kannst du das automatisieren das geht ich hab dazu aber schon tutorial gemacht soviel ich weiß Bienchen sum 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 brumm 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 und dann kommt es in die dose das wollte ich nämlich eigentlich da mal rausnehmen dann werde ich nämlich auch gleich umfärben nochmal neu öhm öh 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 da muss ich jetzt alles mit drachen eier machen so weiter mit öh irgendwann wird das bild besser richtig habe ich schon gesagt am dritten dritten haben die von netgolong gesagt haben die mir eine sms gestickt als am 7 Soio um dritten, also am siebten dritten ne nehmen siebten dritten So, also bis dahin dauert das. Ach, das, ah, das ist möglich, vielleicht, weiß ich nicht ganz genau. Und zwar der Drache wird ja dann gekillt, wenn man, also Server-Neustart, der wird ja dann gekillt, wenn man ihn erschlägt, erschießt oder sonst was. Jetzt kann man natürlich automatisieren mit Erschlagen und Erschießen. Vielleicht gibt es ja diese Tourette-Dinger oder was, dass die das können. Da müsste man das ganze End mit diesen Tourette-Dingern vollmachen. Das ist ein Versuch wert. Oder die Alternative heißt, dass ein Draconic Grinder, also nicht ein, sondern 20 Stück dahin stellt und da muss man gucken, dass der Drache an den Dingern vorbeifliegt, ohne dass die kaputt gehen und die Energieversorgung kaputt ist. Möglich ist das vielleicht, ne? Lea Sasti, ich glaube, die Frage beantworten die anderen dir. Ne, Applied Energy Sticks 2 ist nicht kompliziert. Du musst nur deinen Kopf mal drauf einstellen. Das ist wirklich anders denken als Applied Energy Sticks 1. Ist klar, ne? Das ist wirklich anders. Insofern Kopf umdenken, ja? Aber wenn du dir den Kopf dann in die richtige Richtung gedreht hast, dann kriegst du das schon hin. Das ist mit Nachdenken aber nicht wirklich schwierig. Aber hat auch dafür mehr Möglichkeiten. Es gibt ja so Mods, die sind einfach nur komplizierter im Laufe der Zeit geworden, ohne dass sie Mehrwert bringen. Bei Applied Energy Sticks ist da auch mit Mehrwert was verbunden. Das macht Sinn. Der Drachonik-Bohem Autonomus Activator, der setzt voraus, dass du den Autonomus Activator mit Strom versehen kannst und der nicht kaputt geht, wenn der Drache vorbei fliegt, ne? Also zu seiner automatischen Änderungen habe ich mir auch schon ein paar Gedanken gemacht, ehrlich. Mir ist noch nicht richtig eingefallen, wie man es machen könnte. Also das Spornen des Viechs an einer bestimmten Stelle, das kriege ich hin. Aber der muss ja so lange da bleiben, bis er tot ist. Leider fliegt er durch die Gegend, er kommt durch alles durch. Das heißt, man kann den nicht irgendwie festbinden oder was? Je, was ist mir das noch nicht aufgefallen, bisher, dass das gehen würde. PhilippeVP Wie bist du denn drauf? PhilippeVP PhilippeVP Da stimme ich dir zu Und PhilippeVP Und PhilippeVP Du solltest dir mal überlegen Ob du so einen Umgangsdruck mit dir selber wünschst, ne? Ja, überlegt dir das, ne? Ich könnte ja auch irgendwelche formulieren und sagen Das muss ich nicht haben Hm, sowas fangen wir jetzt Das fangen wir irgendwie Die müssen wir umfärben Irgendwann färben wir die um Oder machen die Zweite ins Inventar Ich bin mir nicht ganz so sicher, ob das gut ist Wir machen eine Zweite Damit die nicht kaputt gehen kann Wir haben eine Zweite im Inventar, der kann die erste nicht kaputt gehen Die Sachen sind nicht weg Sollen wir die ganzen Proms mal hier loswerden Das ganze Darkonium hier mal zu Darkonium werden lassen Wir werden das möglicherweise hinkriegen Zumindest teilweise die Rüstung schon mal Dann spornen wir gleich noch ein paar Drachen, da haben wir auf Spaß mit Ja, ich weiß es nicht Ich kann also die Stream-Qualität von Kann ich ja nicht überprüfen Weil wenn ich den Stream hier gucke Auf dem Firefox Dann habe ich meine Leitung doppelt belastet Dann habe ich keine Aussage dazu Kann ich nie machen Wenn dem so ist Also ich habe an der Technik ja nichts geändert In den letzten Minuten Dann liegt das an der Netzauslastung oder an was weiß ich wo dran Kann ich da nicht ändern Zwischendurch dreht sich immer wieder der Kreis Ja Ich habe jetzt hier nichts anderes laufen Das heißt meine Leitung ist einigermaßen sauber Also das was da raus geht Und wenn das Internet selber jetzt auch nochmal Da mal irgendwo Engpässe hat Weil das hier auf dem Kerl zu viele Leute drauf sind Dann Habe ich weder Einblick noch Einfluss drauf Moin moin Bei mir ist es ganz normal Ja gut Dann könnte das natürlich bei dir irgendwo auch ein Problem liegen Neun 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 Acht Naja Dauert halt Und dann haben wir eine ganze Menge von dem Drakonium Zeug Dann muss ich gleich mal gucken Wie viel von dem Wir haben wir herstellen können Ja auch schon verstanden Jups Und noch einer Ja Ab die Post Heißt Er ist Jetzt brauchen wir hier noch ein Schloss drauf Zwei Jetzt brauchen wir das Ding Bei dir ist die Qualität schon fast besser geworden Das liegt nicht an mir Ja Und da ist die Leitung vielleicht besser Jedenfalls Oder weniger ausgelastet Ja wir haben einen Allausmelder Aber ohne so ein Kapasitor Ding drin Den haben wir da hinten in der Gemeinschaftsküche sozusagen Guck mal hier Jetzt haben wir hier Jetzt kümmern wir uns bei Erfa nochmal hier um den Drache Das ist der Aktor Dass der genug Energie hat Oh ja ja Reicht Tut's Im Augenblick Heißt Die geht jetzt wieder ins End Oder was Killender Drachen Macht jedenfalls Spaß Oder wir machen uns eins von diesen Draconium Dingern eben Mal gucken Habe ich das jetzt bei Na genau Also erstmal zur Beruhigung liebe Leute Natürlich haben wir einen Allausmelder Guck mal hier Allausmelder Da ist Allausmelder Guck mal Haben wir den Werte Und jetzt gucken wir mal eben Wie das vorhin war mit dem Mit dem Draconik sonst wie alles Was hat man gesagt Das haben wir reichlich Da brauchen wir Ach wir müssen Mesastars haben Machen Mesastars brauchen wir jetzt erstmal Mesastars Ah haben wir was auch jetzt mal zu tun Moment mal Nefati klickt hier Ne da Wir brauchen einen Mesastar Und zwar brauchen wir einen Mesastar Zwei Mesastars Pro Restos Wir brauchen also acht Mesastars Sind Drei mal acht Sind Vierundzwanzig Wir haben also Vierundzwanzig Wieser Skillet Können wir uns jetzt besorgen Und einen Haufen Zollsand Wir haben wirklich kein Oder nur Wenig Zollsand Heißt wir nehmen jetzt unsere ganze Technik mit Habe ich den doch hier in dem Genau Ne warte mal Wo habe ich den denn Doch da Die beiden Teilnehmer mit Den Cleaver habe ich hier Hier müssen wir mal irgendwann reparieren Oder können wir jetzt mal eben machen Wenn hier Eisen im System ist natürlich Na ist ja klar Ironie Iron 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 Ne haben wir keins Ähm Gott Ah hier vorne irgendwo Eisen Ach da ist die eine Türkel Die ich manchmal vermisst habe Guck mal an ey Noch mal Eisen He Also klar Eis Eisen Noch mehr Eisen So Was ich jetzt noch weg tun wollte Ist eben hier dieses Zinnabar Dieses Zeug hier Das ist recht wertvoll hier So Ähm Ja Ach die brauchen Ah Wir gehen ja nicht ins End Wir gehen jetzt gar nicht ins End Hm Mal eine schöne Turtle hier rein tun So Ach die brauchen wir jetzt auch nicht Da haben wir ja auch einen Platz für Ähm Ähm Ja da passen nur 10 in 1 Läuft Wie scheiße ist das jetzt Wir brauchen aber Wir brauchen 20 ne Wir brauchen 20 oder Ja wir brauchen 20 ne Ja gut Ach von denen kriegen wir so viele Scheiße drauf Die packen wir in diese öffentlich zugänglichen Truhen hier Da kann sich dann jeder bedienen Wer unbedingt haben will Das sind zwar eigentlich meine jetzt hier So ein bisschen abgesondertes Eigentum Aber Okay was soll's Wir wollen ja Warte mal Wir wollen ja Nesastars Äh Machen Heißt wir gehen jetzt erstmal wieder in den Mit dem Griever Werden wir dann erstmal loslegen Ja irgendwo in der Nähe Suchen wir uns mal schön Splitschen Ja let's play Let's play Ich hab natürlich Nicht sehr viel geschlafen Aber ich hab geschlafen Ganz bisschen Schätze mal so insgesamt Vielleicht 5 Stunden Nur oder so Das ist jetzt nicht so viel Aber es liegt natürlich auch An meinem Biorhythmus Den kann ich ja jetzt nicht einfach aufheben Nur weil ich jetzt 10 Stunden pennen will Oder so Das macht jetzt nicht so viel Sinn So da hat ja einer Wer gewotet hier oder was Oder hat sich zu unserer Community hinzugefügt Genau Paradox Graphics Okay Herzlich Willkommen So dann haben wir den schon mal fertig Jetzt gehen wir erstmal auf Wisserskeletten Yacht Haben wir alles? Wir haben alles Jetzt Oh Mesa Irgendwohin Haben wir nicht hier irgendwo schon so eine komische Kaverne uns mal ausgebaut Hatten wir das nicht schon? Hm Wir hatten doch dieses Ding mit dem Spawner Irgendwo war dieser Spawner Verdammte Scheiße Den hätten wir doch ausgebaut als Farm Wenn wir diesen blöden Spawner nochmal finden Dann wären wir nämlich Dann wären wir nämlich Ja hier Ich glaube das ist das Genau Das ist das So jetzt haben wir das direkt mal hier als neuen Haupunkt gesetzt Jetzt müssen wir erstmal unsere Technik rausholen Und dann machen wir ein bisschen rumballern So Ich gehe jetzt gleich mal eben kurz Und gucken in den Chat wieder Ich will eben nur ganz kurz hier Noch ein bisschen Ordnung schaffen in der Sache Das gefällt mir nämlich hier gerade nicht so toll Ich würde das gerne Haben wir einen Kobbelston bei? Doch wir haben einen Kobbelston bei Ich würde mir das gerne mal Oder dieses Endstone Das ist geil Das nehmen wir dafür Warte mal eins Zwei Drei Also hier hinten hin kommt das Ding Da kommt der jetzt immer hin Dann braucht der eigentlich nicht mal drüber nachzudenken Ich lese den Chat jetzt sofort Moment Ähm Noch zu machen So Kliver in der Hand nehmen Und so jetzt lese ich mal eben Moment mal Was war jetzt? Immer noch online Wir sind wohl fertig Naja Ich nehme jetzt kurz ein Tutor für YouTube auf Bis gleich Ja schön Wie alt sind sie her? Weiß ich nicht Hauptsache seid euch einig Habt euch lieb So Ähm Haben wir jetzt hier welche für mich Andere sind schon Guck mal Ein paar meiner Freunde Guck mal Was hat man gesagt Wie viel brauchen wir? Äh Was habe ich das hier? Machen wir mal 30 Stück Da haben wir genug von den Viechern Komm her hier Ah ich muss meinen Magneten hier erstmal machen Und das kriegt doch das ganze schöne Zeug gar nicht Ähm Das brauchen wir nicht Das brauchen wir nicht Das brauchen wir nicht Das können wir auch vergessen So Komm her Jungs Komm Halte ich lieber der Vorrede auf Nur tote Wizzerskelette Sind gute Wizzerskelette Ich habe einen Kliver gerade frisch gefüllt Komm Das ist ein gutes Alter Aber noch 27 macht Sinn Schön Da hat man auch die Idee Dass man die Zukunft gestalten kann Und hat schon genug Erfahrung Dass man weiß Was idiotisch ist und was nicht Das ist nicht schlecht Ja das ist nicht schlecht Leute Ihr werdet auf eine spezielle Art gekillt Weil ich keine Lust habe Meinen schönen Kliver für euch zu benutzen Dann kriegt ihr jetzt den Ich weiß gar nicht ob der noch voll ist Ob der noch irgendwie Warte mal Ja der ist noch gut voll Oh goh ja Poff Und tschüss Ich würde mir gar nicht mal ein Inventar voll hier Na das war klar War so klar So Damen und Herren Jetzt kann ich wieder im Chat lesen Weil die Visa Die können die ganze Zeit spawnen Solange da oben in der Batterie noch Genug Energie drin ist Sonst müssen wir die mal wieder voll machen Können wir ja gleich mal machen So Was ist das für ein Magnet Ja Der hier Das ist von Magic Bees Der ist nicht schlecht Da kannst du den an und abschalten So rechtsklick drauf Also wenn du den Wenn du den aktiviert hast Sag mal so Wenn du den hier Kannst du den Na warte mal So Shift-Rechtsklick ist er aus Shift-Rechtsklick ist er wieder an Und das ist wichtig Dass man ihn auch ausstellen kann Ansonsten ist es wichtig Dass ich euch jetzt hier Killer Lost Aber die Spawnrate nicht so weg geht Hey 3-0-Falte nicht Ja gibt's mehrere Magneten Genau Genau Gibt mehrere Nee der braucht keinen Strom Einfach nur haben Einmal herstellen Und haben Guck mal wie schön das geht Zuck 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 Neun haben wir schon Wir machen 30 Dann haben wir 10 10 von diesen Dingern Boah das kriegen wir schon Das kriegen wir schon Hat man nicht 24 gesagt Machen wir ein paar auf Vorrat Komm Jungen So jetzt lesen wir mal wieder weiter Meine Auflösung ist deswegen so schlecht Weil meine Internetleitung nicht mehr transportieren kann Am 7.3. wird's hoffe ich besser Jo Tim Ja 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 Wenn ich auf meinem Schiff ein ME System habe Machen wir das auch so Aber ich könnte ja vorher schon mal Logistikpipes machen Das könnte man Ich muss sowieso irgendwie Logistikpipes haben Wegen der Remote Order Geschichte Vielleicht mache ich aber diesmal Ein Spiel ohne ME System Das ist aber was ganz geiles Na das mache ich nicht ernsthaft Puff Von hier aus kann man auch was schießen Guck mal Nicht nur von da Also von hier aus auch Na ja Dann machen wir auch immer hier oben ein bisschen frei Ja also schießen gilt jetzt nicht Das haben wir nicht vereinbart Komm her Nö Schießen gilt jetzt alle auf die Füße hier Wie ist das eigentlich Wenn ich eine Vifan Rüstung habe Und die auf Full Draconic umstelle Wenn ich die verzaubert habe Ist die verzaubert dann weg Das wäre doch mal eine Frage So Tagelang hochladen Ja ja Ich werde die auch tagelang auf YouTube hochstellen Ich weiß nicht wie groß YouTube ist Ich glaube die könnten selber Probleme kriegen Weil ich das gnadenlos hochlade Denn bei Bei Dingen sind die ja dann irgendwann weg Jetzt habe ich einen Kopf verschenkt Nur weil dieses blöde Skelett da rumlief Ach scheiß wie ich Mein Lieblingsmagnet Komm her du blöd Hmm Und Nachspawnen Nachspawnen Bitte So Die ist verzaubert Ja dachte ich mir Ja Deswegen Deswegen lade ich die ja gar nicht erst auf meine Maschine Und wieder rauf Sondern ich lade die von Twitch aus direkt nach YouTube Da Sonst hätte ich Twitch nicht angefangen Also wenn das so gewesen wäre Dass ich die Sachen immer einzeln hätte runterladen müssen Dann hätte ich Twitch nicht angefangen Aber da ich ja weiß Dass man das direkt von Twitch aus Das haben wir ja letzten Mittwoch ausprobiert Da wurde das Der hat dieser What's so fuck What's so fuck What's so fuck I'm ugly Also Nein Der heißt so Und ich sage immer What's so fuck He is ugly Ja Ähm Der hat mir das ja gezeigt Dass das eben geht Und seitdem ist das für mich kein Thema Ich kann den ganzen Tag schwimmen Ich kann auch mal eine ganze Bude hier Mit Kameras voll machen Könnte ich auch Machen wir vielleicht auch mal Aber es muss Geld dafür da sein Weil das mache ich nicht umsonst Leute Echt Wenn der mir beim Scheißen zugucken wollte Dann müsste er dafür mitzahlen Das Eintritts Wie im Kino Komm her Leute Tod, Tod, Tod Alle Tod Alle Tod hier Los, 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 los Tod Nur tote Nur tote Hasen Kann man ihn In Öh Offenton So Ach jetzt haben wir hier noch So komischen Mal gucken was wir da denn finden Ach je Ja ja Nichts sinnvolles Nicht wirklich Wir werden jetzt mal so Mülleimer hier hinbauen Von der Ecke Ach hier Genau das hier können wir als Mülleimer benutzen Das ist nicht schlecht Jetzt muss man den Magneten natürlich ausstellen Weil sonst kannst du nichts in den Müll einmal schmeißen Sonst taucht das alles wieder an Das brauchen wir nicht Das brauchen wir nicht Das brauchen wir nicht Das brauchen wir nicht Das brauchen wir auch nicht Das brauchen wir nicht Das brauchen wir Das brauchen wir nicht Das brauchen wir auch nicht Nicht Da haben wir genug von Bonebeer Skelettenköpfe Brauchen wir auch nicht Krimer genug Wenn wir haben wollen Äh Was haben wir hier auch noch obsidian in dieser blick bla 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 brauchen wir alles nicht eigentlich so egal jetzt haben wir ein bisschen platz jetzt können wir ein paar müllsachen einsammeln ich lese den check jetzt auch mal wieder du bist scheiße du bist einfach nur zu dämlich verschwinde so ihr seid ja jetzt hier normal dann los ich kriege 50.000 wenn es klappt ja ja ich habe ja noch kein me system das ist ein gemeinschafts me system was wir haben und da kann ja jeder rausnehmen wer da möchte aber ich möchte meine visaköpfe immer auch selber verwenden auf deutsch da ist damit gemeinschaft weniger skelett du stürzt nur du da hinten auch ich lese den schritt gleich weiter laute ich will eben noch ein bisschen hier den idioten hier verkloppen hier so ist die auf die andere seite weiterlesen ist es ein power spawner ganz genau ganz genau ich habe das jetzt nicht ganz verstanden was der next player hier da ist noch ein gedanke und das offenbar ganz gut wo mein mal vakuum chest mit einem filter und ach so ja näher ich hätte ja 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 ich hatte gedacht ich hätte jetzt etwas gefunden wo es direkt ins inventar und vom inventar ins me das wäre gut aber nicht das genau also ist ein power spawner ist klar hallo wer auch immer da hallo genau roter baron bohr na egal ja ist es uptime bla 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 ich habe kürzlich ein autospoiler für visa gebaut aber leider lief der nicht ganz automatisch muss dankbar komme gar nichts weil ich wollte da mal spielen aber ich zwei stunden versuchte in der teamspeak irgendein auch nur einen dafür war voll das ding auch nur einen einzigen zu finden der ganzen satz hintereinander sprechen konnte ne ehrlich das hat überhaupt kein was soll ich da mit prämium wie gut können sich ja in dieser wahl kommt das trimmer was ne also im augenblick habe ich das im inventar und dann passt das schon ja ich weiß das ist mir schon klar mit steve factory manager kann man das aus dem eigenen inventar raussaugen ja ja ich habe schon tutore als stil factory manager gemacht also das wüsste ich dann auch schon wie ich das leben weil müsste man ja habe ich jetzt aber nicht in erinnerung weiß ich nicht gut 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 so war hier wo bin ich jetzt hier eigentlich ab tot jetzt auch mal hier ich will jetzt meine dinge haben los dort 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 tot 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 alle tot nur tote skelette sind gute skelette 26 das reicht für unsere ausrüstung also für die folge chronik reicht das hoffe ich mal aber hier noch ein paar mehr mit weiß wofür es gut ist zum beispiel für für die das konstrukt für diese upgrades können die auch immer gut gebrauchen habe ich den will jetzt wieder eingesammelt tatsache na gut dann werden wir jetzt mal man ihn kam irgendwo hierhin schmeißen da kann er dann die spornen damit er nicht mein ganzes inventar folgen will sie ja quatsch ich meine da hast du nicht unrecht dass man das in die automatisch weg machen könnte aber andererseits müsste der stationär ist irgendwo hierhin brauchen das will ich eigentlich nicht dort 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 alles meine alles meine köpfe man geht mir auf einer mal sie wird mir mal ein system gebaut wo direkt was abgesaugt werden soll für job plug in auf dem server und direkt wieder reinpacken sollte lief auch glaubt der waschbär war es ach so der waschbär ja der ist erneut und spielt ja hier noch wieder was anders oder keine ahnung den habe ich schon längere zeit nicht gesehen aber es kann sein dass der sowas hatte dann war das bestimmt mit dem brother man irgendwie zusammen und wenn die mal wieder an sind kann man mal gucken also auch viele die haben das mit ja warte mal der wasch der nicht der waschbär der 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 wasser man hat so ein ding gemacht mit vom draconik player detektor und dann hat er eben so ein teil ich glaube auch von draconik was den leuten das inventar leer saugt ja ja oder hast du gar nichts mehr hast auch deine rüstung weg das alles alles erzieht sich komplett aus naja das ist das system etwas nicht dass das differenziert aus dem aktiven inventar gezogen wird oder so ja ja wahrscheinlich habe ich schon lange der habe extra programm für den geschrieben für seine komische mit der turtle das wurde da diese 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 mob die die dd dd ender ender sache wo die ende komplett diese ganze maschine in die fernwelt transportiert wird da habe ich die mir hier diese portal dinger vom draconik da ja ne von black magic dass das automatisch geht das habe ich ihm programmiert und seitdem habe ich nicht wieder gesehen als ob er von der welt verschluckt gewesen wäre aber dann meint sie ihn wie kam mir oder wer auch immer das meinte damit die würden immer was anders spielen im arm oder auf dem anderen server sein oder so naja ok 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 so habe ich keine lust mehr dass wir abstellen hier 35 aber jetzt das reicht eigentlich kommt mehr du blöd also so also ist ein bisschen auch so und dann haben entschuldigung wir brauchen auch so und da unten ist so und so was auch eine schönere stelle auf einem schlag ganz viele ganze inventar voll kriegen nicht so ein krüppelzeug vor über noch tausend andere sachen dabei sind hier sieht das doch schön aus ja genau ok was können wir noch weg tun so ok ja ich stimme jetzt immer also wenn ich nach hause komme oder hier ins bau besser gesagt dann stelle ich die maschine an und wenn ich ins bett gehe stelle ich vorher aus dazwischen ist gestreamt immer jeden tag also sei nicht mit dem krankenhaus oder im urlaub oder selbst da ich habe hier sogar auf meinem mobile habe ich so eine app drauf da muss ich auch mal gucken ob ich das immer die tage mal installiert kriegt da gibt es eine spezielle software wo man da mit dem handy durch die gegend laufen kann auf dem flohmarkt oder was oder irgendwie bei ikea und dann habe ich da brauche ich mir extra noch so ein ding hier wo ich dann wo ihr gucken könnt was ich gerade sehe das war klar also machen wir das jetzt anders dafür haben haben wir spezielle technik und zwar haben wir dafür draconik schaufel dann werden wir jetzt mal einfach bum 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 machen und dann war es das ne die kann man auch einstellen glaube ich das ganze ja da kann man eine ganze menge wizzers költe messen wir machen ja denk ich mal Ja. So, jetzt geht es nach Hause. Und nochmal lesen. PVP-Dubi-Mirk-Wang-Fist-Rost. Ich dachte ja schon, Pyramidia-List wäre schwierig. So, ich glaube den jetzt, war ziemlich satt, ehrlich. Den machen wir mal anders. Den Scheiß hier, das passen wir jetzt da rein. Den machen wir auf, weil ich neugierig bin. Ich habe dir schon mal gesagt, dass ich das nicht mag, dass wenn meine privaten Sachen mit Videosachen gemischt werden, und mein Kraft, ja, und tu mir den Gefallen, lass das einfach sein, ja, und wenn du dich jetzt dafür entschuldigst, dann ist es nochmal gut. Beim nächsten Mal wirst du gebannt, okay? Ähm, warte mal, das tun wir mal weg, das tun wir mal weg. Das tun wir mal weg. Das tun wir mal weg. Ich weiß nicht, wann es die nächste Pause gibt. Die gibt es vielleicht gar nicht, weil ich mache einfach jetzt erstmal. Ähm, das kommt dann noch wieder rein. Und dann, und dann müssen wir noch dieses komische Schwert hier irgendwie loswerden, dieses Müllschwert. Und das, so ein Zweck, dann gehen wir mal nach Hause. So. Ja, trotzdem, äh, das steht ja auch nur so, weil ich da irgendwie beim Eingeben was falsch gemacht habe, sonst wäre das dann nicht. Ähm, so. Ne, das können wir hier nicht in die Truhe. Ne, in die Truhe, die ist immer voll. Fuck the duck, ehrlich. Das wird jetzt gleich alles leerer. Wir werden jetzt mal anfangen, hier das Zeug zu verarbeiten. Das machen wir erstmal dann auf und so. Also ich beruhe, mit Pyramidalist angesprochen zu werden. Wer das anders macht, könnte ein Problem kriegen. Oder Pyramidalist als Kurzform noch. Aber das alles andere ist nicht okay. Jo. Dum dum. Schla-do. Hi. Ähm, was will ich eigentlich machen? Ich wollte jetzt eigentlich, ähm, ein paar VISA gebaut, ein paar Nesastars gebaut haben. Dafür haben wir unser kleines Spielzeug hier. So. Auch hier doch gleich da bleiben können, ne? Äh, äh. So, träge so den Sand. So, mal, sonst hast du keine Probleme. Scheiße, ehrlich, ne? Bin ich doof? Ja, ich bin doof. Warum sagt mir das keiner? Und tschüss. Und tschüss. Kann ich, weiß ich alles. Wie haben wir jetzt? Ja, ist ja gut. Ach, hier sind noch ein paar mehr Heizen. Aber wir müssen die ganzen KMW unten mal leeren, ne? Der Magnet ist aus. Dann kommt das in den Müll. Das brauchen wir nicht. Das kriege ich. Das kriege ich. Das kriege ich. Das kriege ich auch. Das kommt in den Müll. Das kriege ich. Das kommt in den Müll. Das kommt in den Müll. Das kommt in den Müll. Das kommt alles in den Müll. Das braucht kein Mensch. So, ja, ist ja gut. Ähm. Machen wir alles weg hier. Braucht kein Mensch. Hier ist alles Quatsch. So. Das war Truhe Nummer 1. Das war Truhe Nummer 2. Noch ein paar Nesers. Von diesen komischen Dingen habe ich jetzt auch mittlerweile. Eine ganze Sammlung. Die kommen auch weg. Ey. Von dem braucht man nicht so viele. Da können wir mal ein paar von haben. Da können wir jederzeit beliebig viele nachproduzieren. Ehrlich. Das verschwindet. Das verschwindet. Das verschwindet. Das verschwindet auch. Das verschwindet auch. Man muss mal einfach aussortieren. Das ist ein bisschen. Ehrlich. So. Ja, warum läuft der Stream? Keine Ahnung, ich habe mich da nur nicht ernsthaft mit beschäftigt, ob ich den ausschalten soll oder kann oder muss. Ich habe dann auch Kontrolle darüber, was auf einem Chat läuft. Ich weiß gar nicht, ob der Chat dann läuft, wenn ich nicht streame. Und dazu kenne ich, wie gesagt, Twitch noch nicht gut genug, um eine Meinung zu haben, ehrlich. Weiß ich nicht ganz genau. Was heißt Amina Koyim? Meister, wer auch immer da was geschrieben hat. Merlin Brother, was ist das denn jetzt? Was heißt dieses Amina Koyim? Doch. Okey. Mö see. Was ist das? Is das? Das war's. Das war's. Das Thema hat sich also erledigt. Ja, ja, ich hab den schon. Ich hab den schon gebannt. Das ist ganz einfach. Ich hab keine Probleme, die halbe Menschheit zu bannen, wenn die andere Hälfte dann vernünftig drauf ist. Und die können sich nicht damit rausreden, dass sie von ihrem YouTuber geschickt wurden oder so. Das spielt überhaupt keine Rolle. Entweder hat man eine Macke im Kopf oder man hat keine Macke im Kopf. Leute mit einer Macke im Kopf können in den Landesanstalt gehen, sich eine Familienterratie schaffen und ansonsten können die mich mal. So, das war's jetzt. So, dann wollen wir auch ernten gehen. Schöne Sachen. Schöne Sachen. Schöne Sachen. Ah, ein rotes Herz. Davon haben wir nicht genug. Das sollten wir unbedingt mal ein bisschen nachrüsten. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich hab sogar irgendwo welche. Bin mir nicht sicher. Sack da reinschmeißen. Ich meine, ich hätte irgendwo welche. Nee. Keine. Na gut, dann machen wir wirklich das Einmal ein Herzchen. So ein Ding da. So ein Zinnkanisterding. Ach nee, da müssen wir ja noch diese komischen. Warte mal, was brauchen wir da noch? So ein Diamantapfel. Was war das noch alles? Moment mal. Das war doch irgendwie so seltsam. Irgendwie dieses Rezept. Kanister waren das doch. Diese Dinger hier. Achso, ja genau. Jeweled Apple. Achso, ein Apfel mit so Diastrom. Ja, irgendwie sowas war das doch. und das nehmen wir mal hier. Und das nehmen wir mal hier. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mehr brauchen wir jetzt erstmal nicht. Wir brauchen eigentlich 30 oder sowas. Ah ja. Kann man schön. jetzt machen wir mal Apple. hier haben wir einen Apfel. Und hier. So, das Ding. Dann wandeln wir den aber auch direkt um. An dem müssen wir den erst haben. Gucken, ob das hin... Ne, ich glaube nicht. Kriegen wir halt nicht hin. Ähm, Gott. Ne, den Apfel kriege ich mal wieder, Leute. Das geht halt gar nicht. Warte mal, was war das jetzt? Ach so, da müssen wir noch so ein DIA-Ding. Warte mal. So ein Ding nehmen hier. Ich gehe gleich wieder auf den Chat ein. Ist da noch so ein Teil? Wie viel Hertz haben wir denn hier? Na gut, dann machen wir noch eins noch mal. Komm, das lassen wir den anderen. Ach, die haben genug da in ihrer Farm. Die haben genügend in ihrer Farm. Dann können die da locker drauf verzichten. Genau. So, jetzt gehen wir mal überlesen. Da habe ich noch so ein Herz. Sag mal, habe ich eine Herzvermehrung oder was? Keine DIAs. Okay, keine DIAs. Wir bauen mal ein paar übereinander auf und machen das mit mit unserer bewährten Technik, dass wir da eine ganze Menge rauskriegen. Da gibt es auch irgendwie so ein so ein Thrasher oder was, wo man Glück drauf macht oder Funktionen drauf machen kann. Da muss er nicht mehr mit der Hand abbauen. Was war das für ein Teil? Noch mal irgendein, so dass er entscheiden konnte. So. Während Minen kann ich jetzt hier mal wieder in den Chat, oh, da ist ja nichts Neues. Ja. Also, Abtiming ist natürlich jetzt nicht so viel, weil ich hatte ja vorhin den abgestellt und jetzt ist er quasi ein neuer Stream, dann machen wir natürlich jetzt nicht mehr durchhalte Parolen, da muss ich wach bleiben, sondern ich mache da jetzt gleich hier mal Kaffee trinken und mal was anders machen als hier vor der Maschine sitzen. Und dann sehen wir es dann irgendwie heute Nachmittag oder heute Abend wieder oder so. Aber ich will jetzt erst mal gucken, dass ich hier so ein bisschen weiterkomme, was draconik Rüstfunk angeht. Mal schauen, wie weit wir das hinkriegen. so, die sind jetzt genug da. für diesen Schnickschnack hier. so, jetzt packen wir die ganzen Dinger mal hier in das vorgesehene kleine Plätzchen und stellen uns auf den Healer hier. Gut. Eigentlich müsste ich mir mal Kaffee machen, ne? So nach dem ganzen netten Späßen, die wir so hatten. Ich bin dann hier. ich bin dann hier. Ich bin dann hier. ich bin dann hier. Und dann, ich bin dann hier. Ich bin dann hier. das zeug hier aus dem das nehmen wir auch mal raus das war so ein draconium zeug gebastelt kriegen der quatsch ein bisschen spielzeug brauchen noch mehr nämlich das hier warte mal doch machen wir später erst das machen wir erst mal um die den kopf oder wir machen die ganzen teile wird bekräftet dazu langsamer sicher durch jetzt der konik sonst wie wo sind wir denn da vier mal das heißt vier mal das hier also 45 dann haben wir nicht genug dass das oder habe ich das jetzt falsch gerechnet ja 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 der hat ja nichts drin was wichtig ist wir brauchen sowieso noch für die staff auf power wir bauen mal einfach bis unser schmerz der frau davon wenn wir wahrscheinlich nicht genug kriegen müssen wir die vorstufe davon haben machen wir jetzt mal so viel wie geht klubs wie wenn ich 11 das ist nicht viel woran ist es gescheitert an den niederstas kann es nicht gescheitert sein haben gold 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 haben wir hier nicht gold hier drin das wollen wir doch genau nehmen wir das doch mal ein Um, hm, hm, hm. es ist da mal einsammeln irgendwie kommt man nicht so das ist ein bisschen zähflüssig hier scheint das liegt aber vielleicht auch daran dass es nicht automatisiert ist soll man mal gucken w2o erringt in gold da darfst du dich bedienen ertrinkt in gold ich bediene mich nicht gerne bei anderen außer die geben es mir ja das ist mir eigentlich lieber weil keine lust irgendwie mit griffen was zu tun zu haben und außerdem bringt er genug ja eigentlich klar die haben so eine mob fahren die ganze zeit da laufen oder wo sie das grund her haben oder die betreiben die ender query weiter meine übrigens auch also haben wir zwei also zwei vips glaube ich lassen 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 machen ich habe ich komme klar jetzt wollen wir mal den nächsten schritt machen was brauchen diese dinge haben wir jetzt ist man da genau das machen wir erst mal hier ein teil fertig dieses hier mal so spaßeshalber gucke das kommt in dem sowas können doch hier anklicken werden das noch so an jeder filter noch dieses andere ding moment war machen wir erst mal das jetzt hier brauchen wir auch noch welche nicht gut wir haben nicht genug wir haben nicht genug wir haben einfach nicht genug davon ein teil davon haben wir jetzt erst eins echt ne jetzt müssen wir dieses hier noch haben das sollten wir aber hinkriegen auch nicht dann muss ich trübe von beiden faktoren ja genau genau ja 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 genau das meinte ich das ding genau 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 wir gehen mal gucken ob die wirklich so viel gold haben aber auch das nützt uns nichts aber dann nicht mehr draconium genug haben wir müssen noch ein paar von den drücken von dem von den ender drachen start töten dann haben wir genug von dem kram wir legen uns das war also auf vorrat und wie heute oder morgen werden wir dann so viele drachen jahren dass wir von der zeug genug haben denke ich mal alles voll fackig ein bisschen platz der bekommt er kommt da rein ja obsidian obsidian tun auch außer wir müssen mehr platz haben das daran dass da rein und das da rein du kommst jetzt auch aus ja dann sind wir schon relativ sauber sortiert glaube ich werde ein mb system ist das man brauchen gleich das gebe doch ein bisschen auf dem sack mit diesen dringern hier ist mir ständig so ok Ich kriege jetzt erstmal Kaffee, das heißt, ich gehe jetzt erstmal für 2-3 Minuten AFK, das heißt, ich bleib hier on, aber ich bleib hier bei euch. Ähm, ne falsch, müssen wir irgendwie anders machen. Vielen Dank. 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 Das heißt, wir werden unsere Erzverarbeitung jetzt demnächst auf Holzkohle umstellen. Das heißt, wir müssen tatsächlich Farben gehen. So, oh, hi. Farben gehen, Farben gehen. Für Kohle farben gehen. Dann machen wir nochmal folgendes. Und suchen wir da drüben. Wir haben jetzt mal irgendwie so ein Enchantment table. Vielleicht haben wir da. Irgendwie so was. Dann entscheide ich mal irgendwie so was. Dann entscheide ich mal meine ganzen Level weg. Da sind sie halt hinterher weg. Dann sind sie halt hinterher weg. NeITH- Ne, ne Carsten. Ne. Hm. kein zaubertisch wie lange machst du noch wo ich lust habe also dieser dauer stream den ich zum also die ich ja gemacht habe deshalb beendet bin davon eingeschlafen heute morgen irgendwann um vier uhr oder was also das thema ist durch aber ich mache natürlich weiter ich stimme immer also wenn ich jetzt hier im büro bin also hier zu hause quasi im büro dann wird das wird immer das läuft immer das stream wenn ich da bin also sage ich bin wie krank oder keine ahnung was ich spiele auch sehr viel und werdet das sehen das sind meine meine spielzeiten sind extrem sehr extrem also was ich da gibt es heute noch extremer sind aber ich empfinde das als recht extrem aber so kann man ja machen falsch die haben alle keinen zaubertisch ehrlich da fällt dir doch nichts zu ein ja also 24 uhr ist schluss das ist auf jeden fall die haben wir echt kein zaubertisch ich habe noch nicht gesehen wenn ich meine bibliothek oder was warte mal wo ist diese baumform hier kann man auf diesem zeug kreuz machen mit dem man bauen kann dann machen wir das jetzt so dass ich mit meinen vielen büchern mal eine bibliothek baue und wo haben wir denn die ganzen bücher die haben wir denn die ganzen bücher und die 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 Wenn wir jetzt mal in der Bildbothek bauen, mal schauen. Wohin? Hier passt das doch. Warte mal, das ist ja gut. Die hohen Herrschaften kriegen einen Zaubertisch. Wohin? Wohin? Platz hätten wir hier genug für so etwas. Aber dass wir Symmetrisch bauen, heißt... Hier könnte man das... Ja genau, hier machen wir es. Eine... Ja, was ist? Geh-Shock-Baby. Ja, herzlich willkommen in unserem illustren Kreis hier. Warte mal, das geht glaube ich nicht, weil hier das ist auf dem Block. Na, da bauen wir die hier. Hier... Die passt genau nicht hier hin, was? Da kommt der Tisch hin. Na, da. Und in beiden Fällen geht das nicht. Äh, was läuft denn hier für eine Scheiße ab? Das müssen wir dann anders bauen. Müssen wir ein bisschen tricksen. Da müssen wir mal ein bisschen tricksen. Und zwar... Haben wir jetzt ein bisschen getrickst. Hey, lass mich da wieder rein. Hallo, Nervensäge. So. Das musste mal sein. Denn dann haben wir eine Chance, dass wir die Bibliothek hier hin bauen. Also dieses kleine Ding, wo man da mit enchantet. Eins, zwei... Also hier... Hier kommt der hin. Ja, ja. Wir machen die ganze Ecke leer hier. So. Max, mit dem Let's Play ist das schwierig. Das haben wir ja hier. Wir machen ja hier eigentlich auch ein Let's Play, wenn man so will. Aber leider ist dieses mit Let's Play eben nicht, weil das Gemeinsame fehlt. Also im Sinne von die Kommunikation fehlt. Und die Kommunikation fehlt deswegen, weil wir nicht... Also ich kann das nicht... Ich habe noch keine Lösung gefunden. Ich kann nicht sprechen mit euch hier im Chat und spreche mit dem anderen. Mein Mund kann ja nur, ne, nacheinander oder so. Das müssen wir erstmal... Einen schönen Enchantment-Table bauen. Wie fehlt dem Obsidian? Was ist das denn jetzt? Was ist das denn jetzt? Das Ding. So, den haben wir. Das war in der Bibliothek, also Bücherei, ne? Bücherei heißt erstmal hier Holz. Dann können wir nur hoffen, dass das Holz auch für Bücher verwendbar ist. Jo, das geht. Cool Sache. Wie viel brauchen wir? Das ist auf jeden Fall genug. Mehr werden wir nicht brauchen. Für Level 30. Okay. Wie kriegt man so viele Laser Cards? Da gibt es zwei Varianten. Also Ender Query habe ich nicht. Ariante 1 heißt, wenn du mal hier in mein Dings reinguckst. Na, hier ist das Laser Quarz. Dann gibt es also hier Laser Salt. Laser Quarz. 133. Ich komme aus dem Laser Drill. Den habe ich ja hier unten stehen. Und da kommt ja die Turbine, gibt den ganzen Strom und naja, wie auch immer. Und die Alternative und die Ergänzung dazu heißt, mal eben ins Neser gehen und dann habe ich hier so einen Hammer. Dieser hier. Der hat Fortun 3 auf Deutsch. Der kommt richtig viel bei raus. Wenn du da auf so ein Neser Ding haust. Und der Rest ist Fleißarbeit. Einfach nur Fleiß. Das ist ja noch geil. Wir brauchen noch ziemlich mehr Quarz. Sehr viel mehr Quarz. Achso, wir wollten die Bibliothek ja hier oben aufgebaut haben. Ne, wir machen erstmal die Bücher hier. Die Bücher hier. Ne, machen wir mal anders. Das machen wir später. So, wir wollen die Bücherregale aufbauen. Ey. Ey. Okay. Ach, das ist auch da. Na, guten Tag auch. Na, da hätte ich vielleicht vorher dann denken können oder sollen, dass diese Räume natürlich so gebaut sein müssen. Ne, genau nicht. Na gut, dann machen wir nochmal einen. Einen falsch. Und dann einen richtig da drauf. So, man sieht das ja jetzt hier, ne. Einer ist ja jetzt quasi hier auf dem Block und einer ist auf dem anderen Block. Wir müssen den hier weghauen. Und dann müsste das rotem Stift eigentlich überall gleich gebaut werden. Oder man sieht das ja auch nicht so. Da muss ja schon einer genau hingucken. Auf jeden Fall kann man nur dann innen drin auch Blöcke hinstellen. So auf die Art. Heißt, jetzt können wir hier die Dinger hinstellen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ein Dein, ein Dein, ein Dein, ein Dein, ein Dein. Ja, so machen wir das nicht allzu viel, damit das Schiff hier nicht so total vollgestellt wird. Was läuft hier falsch? Was läuft da anders? Ah, das ist dieser Pin. Ah, okay. Den müssen wir dann auch noch umsetzen. So, jetzt mal gucken. Läsertil dort, aber mit wenig Strom bis zu länger. Genau. Und deswegen hat der maximal Strom. Kann ich dir zeigen. Aber ich will eben kurz den umbauen. Hier haben wir diesen einen Pin hier. Und damit ich nicht immer von Dings zu Dingen und so wieder zurückhüpfe. Und da kommt das Ding jetzt hin. Und dann kommt der Pin. Wo ist denn der jetzt? Da. Der kommt da wieder hin. Und dann zeig ich dir mal eben, wie ich das mit dem Laser drücken meine. Ist nur da oder da? Ne, 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 ne. Ähm, warte mal. Genau. Da. Da kommt der jetzt hin. apologis Gamer, herzlich willkommen. So, jetzt sag mal genau. Da muss der hin. Bauen wir den hervor, da und drunter müsste eigentlich auch noch einer kommen. Kaum Kohle. Also hier müsste so eine drunter sozusagen. Jetzt lassen wir jetzt mal eben. Äh, ich will das mal kurz mit dem Gläser, also das kurz zeigen. aber kurz noch vorher hier diese nette bibliothek fertig machen wo ist denn der zaubertisch kommt zu mir ganz du hinstellen die da okay das heißt jetzt werden wir erstmal draconik dings was was machen was wird was was verzaubern wir verzaubern nicht die rüstung wir verzaubern wir verzaubern die spitzhacke pass mal auf die wo ist die hier die hacke die hacke die verzaubern war kann man das ding nicht mehr verzaubern hallo was ist mit der rüstung die verzaubern die kann verzaubern gute verzauber die protection 8 keine ahnung so tun wir die mal wieder auf den hintern da wir noch ein bisschen mehr zum verzaubern haben ich zeige das mit dem leser soll jetzt gleich ich will es eben noch hier meine levels mal loswerden ich habe ja noch 24 24 level in der arbeit wenn ich also die füße muss ich mir noch verzaubern keine ahnung was ist das sehr sinnlos also hier das hier ist natürlich also von hier kommt die energie das ist ja der reaktor ich meine zu reaktor habe ich ja schon das eine oder andere gemacht ach so ja und dann mit dem ambos ja das könnte sein will ich aber eigentlich nicht weil dann weiß ich ob wenn ich ein buch verzauber da kannst du jeden scheiß kriegen jeden scheiß und das passt dann vielleicht nicht auf die spitzhacke das wollte ich ja genau nicht egal es ging mir nur darum die level mal loszuwerden weil es macht wenig sinn was soll man da sonst nicht also wie gesagt da kommt die energie her die kommen im tesserakt kommt der ganze krempel hier oben an der dampf und was man uns heute braucht und hier guck mal hier die turbine gibt 24.000 rf ab max 24.000 also 24.000 rf die gehen natürlich zum laser und die sind hier unten in so einer halle da kommen noch mehr dann gehen wir mal hin quatsch hier der assisten das für ein loch hier oben habe ich das so ein loch gebaut kann ich mir gar nicht vorstellen dass ich hier so ein loch gebaut hätte glaube ich nicht das ist das ist denn das hier habe ich das so gebaut ist eigentlich sehr untypisch für mich aber wenn wir schon mal hier unten sind kriegen wir erstmal kohle die könig dringend gebrauchen erst mal mitnehmen was da ist und da haben wir dann gleichzeitig auch noch ein bisschen koppel dabei und genau das ist immer ist und das soll noch mal wieder zu machen da können mich die keine fiecher einfallen ich bin ja nur dafür dass die armen skelette und die ganzen zombies nicht reinfallen hier und sich wehtun das kann man nicht ernsthaft verantworten so haben wir hier noch ein loch natürlich auch zu machen so jetzt haben wir hier ruhe denke ich mal ok also ihr seht wie gesagt leser drin hier ist nur einer mit dem tesseract drauf und der kriegt natürlich dann von den vier prätschern jedes mal 5000 rf das heißt 20.000 und folglicher weise guck mal jeder geht relativ zügig durch also magst was sagst du mir du musst mit knopf drücken und dann lese bücher rein habe ich etwas falsch verstanden hier muss ich doch drücken hier gibt es kein knopf ich habe ein haufen bücher immer im inventar und ich bin jetzt am zaubertisch ich weiß nicht ganz genau was du mit knopf drücken meinst oder irgendwie am anboss oder was man das ist nur kippin wenn toll oder für die spitzhacke im inventar ja moment mal das ist mit mir das ist klar aber also ich hole die spitzhacke jetzt muss man dinge raus weil da ist ja immer so hier inventar ist schon klar aber jetzt muss ich ja hier die richtig verzaubert bücher da kann ich hier kann ich ja nicht reinschreiben was nicht protection 2 oder was das bringt aber der spitzhacke nix also muss ich im buch haben wo was drauf ist was die spitzhacke gebrauchen kann und das kriegt man ja nicht so einfach sondern wenn ich das jetzt auch wenn ich jetzt eines meiner bücher hier nehmen beim zaubertisch verzaubere dann kriege ich ja alles mögliche vielleicht gar nichts was die spitzhacke gebrauchen kann welche spitzhacke verzaubern dann kriege ich ja nur das was die spitzhacken brauchen also der bessere der bessere weg wäre eine mobfarm zu haben mit den ganzen mob was ich was die da alles haben ja die haben ja auch entsprechende ausrüstung mit verzauberungen und die kann man auch diese entschanden und dann kann man die bücher wiederum mit ich glaube bibliograf verdoppeln oder sonst was alles na ja ja aber das nützt wie gesagt ja nix weil du kriegst ja nicht das was du brauchst und ich weiß jetzt nicht ob die mobfarben auch spitzhacken und 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 so was droppen also das ist so eine geschichte halt ja ich also das hier weiß ich schon aber das nützt mir nur das wenn ich die bücher dafür habe was habe ich hier bei der spitzhacke von im buch unter wasser atmung wenigstern also na gut also ewig rieber schon ihren wand ihren wie jetzt machen wir als erstes mal wir haben bisschen kohle gesammelt ein bisschen die verhältnisse wieder ändern sechs bisschen kohle reinschmeißen damit wir mehr gold kriegen jetzt haben wir wollten eigentlich ins ende das muss ich mir erstmal mit den büchern wir was einfach lassen wo ich die hintung das ist nervig wir haben kein ordentliches im system ja lass die babys die können aber gerade sind ja vor allem aus dem aus dem baby schreien mittlerweile worte formulieren können und dann sind die ja mittlerweile auch weitergewachsen können die worte in der tastatur hacken das müssen ja irgendjemand beweisen das ist genauso wie guck mal wenn ich hab ein polizei auto dann guck mal wenn ich keinen scheiß zu schreiben äh ja das ist dann zu viel des guten weil muss ich nicht haben was wollte ich jetzt da da das wieder recht tun mmmbs jetzt und gut 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 Ein Advanced, den habe ich überhaupt noch nicht probiert. Hey, das riecht nach dem Tutor, du hast recht, den habe ich überhaupt noch nicht probiert. Advanced Enchantment, ja, du hast recht. Wenn ich den haben kann hier. Advanced Enchantment Table, mal gucken, wo habe ich den denn hier. Auto Enchantment, nee, das meinst du ja nicht, du meinst Advanced Enchantment. Max, was willst du mit 64K? Das sind alles 1Ks, hier, guck mal, 1Ks. Na geht, egal, ich wollte jetzt mit dem Enchantment, aber es gibt kein Auto, äh, kein, kein, äh. Es gibt kein, ähm, Advanced Enchantment Table, Vol, Voltolls, gibt es hier nicht. Vielleicht in dem anderen, äh, Mod Pack. Aber hier gibt es das nicht. Mal gucken. Kenne ich alle die Eichnen, da ist kein Advanced Jump, hier, das ist ein Auto Enchantment Table. Vielleicht meinst du den, vielleicht meinst du den, wir können mal einfach mal einen machen. Ah, nee, dann braucht der jetzt erstmal, Moment mal. Nee, 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 nee. Ja, 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 ich, ich denke mal, das meint der. Ja, ja, ähm. Den meint er, denke ich mal, ne, von Open Blocks das Ding. Wollen wir keine Redstone, ach, ehrlich, ne. Von Ende I.O. Oh, ich war ein bisschen sicher. Wir können uns die Dinger ja alle bauen. Ich glaube, von Ende I.O., der muss da mal irgendwie eine Mob Essenz reinbringen oder sowas. Da bin ich mir jetzt nicht sicher. Aber wir können die ja mal alle ausprobieren. Ich meine, fuh. Das ist der Auto Enchantment Table von Open Blocks. Ich weiß nicht, ob man da was einstellen kann. Oder ob man nur da Items rein und rausschmeißen kann. Das weiß ich nicht. Werden wir mal sehen. Stellen wir mal einfach irgendwo hin. Gucken wir uns mal an. Guck mal hier. Max Level. Auto. Hier kannst du Teile rein tun. Sag mal das Ding. Oder Bücher. Warte mal. Vielleicht ein paar Bücher. Aber ich glaube, hier musst du auch was einstellen. Da musst du wahrscheinlich irgendwelche. Oder Strom oder so. Mal gucken, ob der Strom braucht. Ich muss mal eben. Oder ich google mal eben. Auto Enchantment Table. Bin sofort wieder bei euch. Und ja. Genau. Der braucht nämlich Liquid XP. Also der hat hier so einen Tank drin oder was. Da kommt Liquid XP rein. Hätten wir auch. Aber der macht eben. Du kannst nicht aussuchen, welche Sorte von Enchantment du gerade bekommst. Aber wir nehmen das Ding mal mit. Bauen das mal auf dem Schiff ein. Irgendwo hinstellen. Das können wir dann bei Zeiten mal ausprobieren. Warte mal. Wir machen mal folgendes. Wir bauen mal eben hier weiter. Dann bauen wir auf der Rückseite auch so ein Kabinett hin. Warte mal. Von der Mitte aus. Von der Mitte aus sind das 1, 2, 3. Der vierte, fünfte, sechste. 1, 2, 3. Der vierte, fünfte, sechste. So. Richtig. Hier muss noch einer hin. Ich denke mir, kam mir doch Spanisch vor. Entschuldigung der Landesmannschaft. So. Heißt. Buckschwärts. Ah, da müssen wir jetzt mal Buckschwärts hinstellen. Na gut. Machen wir mal einfach so. Spaß ist, aber die, die wir gar nicht hier haben. 1, 2, 3, 4, 5. Und der käme dann hier hin. Und da können wir dann später noch weiterbauen. So, dass wir hier quasi so zwei Sitzgruppen oder mal Diskussionsstellen haben. So, wir haben mal gucken. Ich weiß nicht genau, wie der heißt. Buck and Kill. Ah, das ist ja. Ich weiß, was du meinst. Dann musst du auch XP, glaube ich, reinschmeißen. Ja, ja. Genau. Und da kannst du aber mit Lapis und mit irgendwelchen Restoren und so, irgendwie speziellen Sachen dann. Das gibt es auch. Ja, 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 ja. Genau, 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 genau. Ich weiß, was du meinst. Auf dem Dings habe ich den. Auf dem Inf3 habe ich die Dinger. Ja, 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 ja. Ja, A-O-H-I-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S. Ich könnte mir vorstellen, du meinst irgendwas, was man, aber nur das, sagen wir mal, das Finger wenig auf Tastatur schwingen, bedeutet nicht, dass der Inneren drüber kommt. Kann dann die Draconik-Hacke nicht normal, ja, habe ich versucht. Und dann die Bücher rausnehmen. Ich habe versucht, die verzaubern. Das wollten die ja nicht. Das war ja mein Problem. Ja, genau. Nee, man muss erst die Bücher haben, die kann man dann da reintun. Das heißt, was man machen könnte, wäre eine Spitzhacke verzaubern, eine normale, und die eine Dissenshunter schmeißen, dann die Bücher rausnehmen und die dann da rein. Das kann man machen. Mit dem Vollladen, das können wir ja mal ausprobieren. Also, ich bin da ja, haben wir ja hier genug Zeug. Darf ich mal vielleicht fliegen hier oder was? Ähm, nee, die muss ich erst rausholen. Ich glaube, die ist fast voll, aber wir werden die jetzt mal ganz voll machen. So, jetzt ist sie ganz voll. Ja, da wollen wir mal gucken. Ich meine, der Gedanke, wir können ja alle Ideen und alle Gedanken zusammentragen und irgendwann vielmehr was Tolles raus. Das ist der Sinn von Community, Leute. Also, so stelle ich mir jedenfalls Spiele. Ey, darf ich mal eine Maus machen? Nee, das geht auch nicht. Nee, nee, nee. Hallihallo. Nee, das ist, äh, geht also nicht, ne? Nee, wir müssen da Bücher reintun. Deswegen ist der Gedanke gar nicht falsch, dass er das bisschen, ich glaube, von Mindfactor Reloaded oder so ist das Ding. Ich gucke gleich mal nach. Das bauen wir dann und dann können wir das natürlich beliebig da. Und dann ist das scheißegal. Da muss man nur in diese Teile reinschmeißen und dann kriegen wir hier alles. Ähm, tada. Das heißt, wir packen das Ding erstmal wieder hier in unsere schlaue Schatulle zurück. So. Aber ich habe sowieso nicht mehr so viel Level. Da kann man nämlich auch entscheiden, ob man das den Level vom Spieler nehmen will oder den Level aus dem Tank oder irgendwie sowas. Ähm, ja. Heißt, wir machen jetzt erstmal ein paar Bücher noch. Ein paar Bücherregale. Wie viele brauchen wir denn hier noch? Ähm, warte mal. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Elf. Bücherregale brauchen wir noch. Egal. Nur elf. Elf Bücherregale. Wie viel Holz haben wir hier? Ja, naja, wir machen mal hier, aus diesem Zeug machen wir jetzt erstmal, aus dem Zeug machen wir jetzt mal, ein bisschen mehr, äh, so. Schwupp, 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 öps, so. Dann holen wir ein paar Bücher raus aus meinem schlauen Kofferding hier. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Ähm, so. So. Porf. So. Ach so, hattest du es schulfrei, kleben die Finger, ne? Aber wenn du es schulfrei hast, ne, dann musst du nicht halt irgendwelchen leckeren Süßigkeiten, keine, aber Kamellen sammeln, dann kleben die Finger, ne? Also, äh, besser ist Schule, dann hast du saubere Finger, weil dann musst du am Lehrern mal vorzeigen, dass die Finger sauber sind, ne? Oh, nee, nicht fair, was? Was? Schauen wir mal. Schauen wir mal. Gefällt mir nicht. Und zwar deswegen nicht, weil der hier rot ist und der ist blau. Da kommt der rote hier hin und der blaue da hin. Weil auf dem Schiff ist links immer rot, ne? Also, Backbord links, so wie die Linken in der Politik rot sind, so ist die Linke, kann man sich gut merken. Deswegen ist die linke Seite des Schiffs auch rot. Aber jetzt müssen wir natürlich hier außen das Ganze doch ein bisschen verkleinern, das kann ja nicht so bleiben, das geht ja gar nicht, ne? Folglich hauen wir da jetzt noch so ein paar Plättchen dran. Hier werden wir, das ist natürlich nicht richtig hier, das müssen wir noch besser bauen, weil nämlich, auf der anderen Seite ist es ja anders gebaut. Das soll ja schon noch ein bisschen... Wir können das aber hier auch machen, oder? So, auf die Art... Das können wir dann hier auch so machen. Äh, was ist das für eine Scheiße? Komm. Eine Birne gemacht. Ich dachte, cool wäre Rentner. Wollte mal, in irgendeinem von diesen Dingern haben wir jetzt hier auch noch diese Plättchen. Genau, die hätte ich jetzt hier. Wie beim Lego-Schneider, Plättchen. Ich hätte gerne noch ein paar Plättchen für zu bauen, ne? Ein paar Plättchen, guck mal da. Schauen wir mal, Plättchen. So. Was ist jetzt? So. Also müssen wir den anderen auch noch bauen, erstens. Und zweitens müssen wir den dann auch noch hier hinstellen, so. Und ich war nicht keine Wau. Ich war auch nicht. Doch, ich war, aber, ähm, Donnerstag war gut, ja. So. Jetzt wird mal den anderen noch gucken, ne? Enchantment. Den Auto-Enchanter. Hier, warte mal. Auto-Enchanter, Auto-Desenchanter. Die beiden, die kriegen wir noch. Die sind von Mindfactor. Das sind die, glaube ich, die gut sind. Wo man das so einstellen kann. Und dann gibt es auch irgendein so ein Bibliokraft-Dring. Diese Enchanter und Auto-Desenchanter. Jetzt machen wir mal diese Enchanter, gucken wie der geht. Äh, ob. Ja, ist klar. Hier, ne? Teuer, teuer, teuer. Aber gut, können wir ja haben. Machen wir mal einfach, ne? Was Spaß macht. Weil wir es können, ne? Wie heißt das? Weil wir es können. Na, guck mal an. Haben wir genau noch die beiden dafür. Okay. Wo war das jetzt? Das Ding, ne? Erst mal ein Zaubertisch. Und dann das Ding. Warte mal, fehlt uns noch was, ne? Ein verzaubertes Buch. Das kriegen wir locker. Kann man mit dir zusammen, mein Vize-Bizok. Ja, was heißt zusammen? Also, es ist natürlich so, ich lebe in geschützten Welten. Weil sonst habe ich die ganzen Trollpfeifen da rumlaufen, ja? Und, äh, das heißt, da kommst du nicht so einfach drauf. Und die Bedingung, um da drauf zu kommen, ist, dass du selber YouTube-Videos machst oder streamst. Und das schon längere Zeit. Und sehr oft. Also jetzt drei Mal, vier Mal die Woche aufwärts, nicht weniger. Dann können wir uns drüber unterhalten. Nicht teuer, wenn der Nachbar Rumpsteaks herstellt. Was läuft ab? Egal. Ich will ein Rumpsteak. Na, egal. So. Das war mal so ein Ding. Das brauchen wir hier. So ein Ender-Perle. Ender-Dingsbums hier. Oh, das hat man ja im Investor. Das brauchen wir noch so ein Blätstoi. Und dann machen wir daraus erstmal hier so ein Ding. Dann gehen wir nochmal eben kurz entstanden für das Buch. Nein, nein. Also wir reden definitiv von drei bis vier Mal die Woche. Tendenz öfter. Also jemand, der quasi täglich am besten. Kann ich zwar auch nicht immer sicherstellen, aber von... Guck mal hier. Jetzt haben wir hier so ein Scheiß-Level. Fuel Effizienzi. Ey, was will man mit so einem Scheiß-Enchantmann, ehrlich nach? Vielleicht bin ich ja zu dämlich, das zu wissen. Aber gut. Ähm, einmal da. Einmal da. Und einmal da. Das lese ich mal wieder. Ich finde die Rezepte mit Unstable Ingot geil. Ja, du kannst ja Unstable Ingot auch Stable Unstable haben. Gibt's auch. Da muss man mal von dem Blizzor das Video. Da gibt's eins hier. Irgendwie Blizzor. Blizzor. Keiner. Muss man mal gucken. Da gibt's jedenfalls eins, wo das beschrieben ist. Echt, das ist ein gutes Video. Das ist so gut, das Video, dass ich das bisher auch selber noch nicht gemacht habe, weil ich eigentlich auch nicht besser sagen kann wie der. Das ist also, obwohl ich mache irgendwann mal eins, allein schon, um eine Sammlung vorstellt zu haben. Aber, äh, so, jetzt müssen wir mal überlegen, diesen Disenchantment-Dingsbums-Table hier. Den muss ich jetzt ja auch noch irgendwo hinstellen. Da muss ich mir jetzt direkt überlegen, wo ich den hinhaben will. Weil, äh, der muss ja irgendwo hier in der sinnhaften Nähe von sowas sein. So, dann geht's eins, warte mal, von da aus geht's immer ein weniger. Ja, das heißt, hier, 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 da, 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 da und da. So, jetzt haben wir ja genug Platz für alles Mögliche. Ja, ist klar. So, ja gut, dann machen wir mal. Ein bisschen was müssen wir ja auf der Brücke hier vorne haben. Bauen wir die mal auf die Brücke hier irgendwo. Mal schauen, ob man überhaupt was ordentliches machen kann. Ah ja, da muss man Bücher reinschmeißen. Und dann kriegst du jedenfalls verzaubertest, dann kriegst du die Bücher raus. Genau. Und da muss man jetzt versuchen, wirklich viele von verrückten Sachen zu sagen. Und alles, was man nicht mehr braucht, wird zurück. Gut. Werden wir dann sehen. So weit sind wir noch nicht. Haben wir jedenfalls. Aber wir wollen vom Mindfactor Reloaded diese Dinge machen. Da gibt es ja auch so einen. Aber wir machen jetzt erstmal den Auto Enchanter. Auto Enchanter heißt typischerweise genau. Heißt typischerweise genau eben. Da brauchen wir auch Strom für. Wenn das mal klar ist. Was fehlt ihm jetzt alles? Ach ja, dann machen wir erstmal den. Glas fehlt ihm. Glas fehlt ihm. Glas fehlt ihm. Was ist denn das für ein geiles Ding hier? Enchanted Bloom? Was macht man denn? Tut die geht fliegen, oder was? Einen Unsinn gibt es, ehrlich gesagt. Einen Kürcher. Das haben wir hier oben nochmal. Enchanter. Den gibt es auch noch. Das ist mit Dark Steel. Obsidian. Das bauen wir uns mal. Pass mal auf. Wenn wir schon nichts anderes zu tun haben, machen wir. Obsidian. Dann haben wir nur einen. Ne, unten haben wir Obsidian. Dann haben wir Eisen. Und dann haben wir. Core Powder. Core Dust. Pulver. Schauen wir mal, ob das geht. Da machen wir ein bisschen Dark Steel raus. Den und den. So. Machen wir ein bisschen Dark Steel. Und dann machen wir uns diesen einen Table. Da haben wir ganz viele. Das Achterdeck des Schiffs wird quasi auf die Art und Weise so eine Art Verzauberungsanstalt. Oder eine Verzauberungsanstalt. Aber ohne Witschrie und Kram. Das machen wir nicht. Das kommt vielleicht unten irgendwie. An dem für Witschrie müssen wir ganz viele Bäume und Büsche und so ein Kram haben. Das können wir hier nicht machen. Da müssen wir irgendwie. Da machen wir so einen Schrebergarten. Also wir machen so ein bisschen Venedig drumherum. So ein Dorf. Und eins von den Häusern kriegt so einen Schrebergarten. Da können wir dann ganz Witschrie-Kram hinstellen. Schrebergarten oder Kleingarten. Na egal. Irgendwie sowas. So ich lasse jetzt hier Dark Steals 4. Nochmal. Nein, nicht Strebergarten, sondern Schreber. Der Mann hieß Schreber. Irgendwie Gust August oder irgendwie Schreber. Irgendwie 1890. 1890 oder auch der lebte da. Der hat für die ganzen armen Menschen, die in diesen Industriefabriken leben mussten, 1850 aufwärts. In diesen menschlichen Folteranstalten. Wurde da der Mensch die Maschine war, die Leute kamen ja gar nicht raus, die hatten kein Geld, die konnten gar nichts machen. Es gab doch keine Autos oder nichts. Du konntest ja nicht ins Grüne fahren. Das ging gar nicht. Und dann hat er gesagt, damit die Leute nicht alle sterben, brauchen die mal ein bisschen grün drumherum hin und wieder. Und das war im Grunde genommen eine gute Erfindung. Natürlich für die Unternehmer, weil die Leute dann besser arbeiteten. Und natürlich für die Leute selber, weil sie hin und wieder mal eine Ziege zum Schlachten hatten. Oder mal einen Apfel vom Baum. Max, der GZ-Erik hat mir das gezeigt. Volks, ich schreibe zweimal, dass er das machen soll und der liest es nicht. Doch, ich habe das gelesen. Ich bin ja dabei. Ich habe ja schon. Ganz ruhig bleiben. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Wir machen jetzt alle möglichen Enchanter und Auto-Enchanter und sonst was alles. Kriegen wir alles. Ganz locker bleiben. Kann man hier rein. So. Ah ne, das wollte ich ja hier jetzt gar nicht. Ich muss ja erstmal bauen. Was ein Quatsch. So. Ah. Ne, das brauchen wir auch nochmal eben. Hier machen wir jetzt diesen. Den machen wir jetzt. Den machen wir jetzt. Den haben wir ja damit. So. Nummer 1. Du bleibst mal hier. Und ihr beiden kommt auch wieder mit. So. Und jetzt machen wir den von Auto-Enchanter von sonst wie. da machen wir jetzt erstmal den hier raus. Dann machen wir jetzt erstmal den hier raus. Da habe ich mal. Rubber. 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 Immerhin. Guck mal hier. Dann schmeißen wir mal ein bisschen Rubber in den Ofen hier. Und dann geht das auch. So. Jetzt können wir den Chat lesen. So. Sie sind echt cool für ihr Alter. Äh. 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 Ja. Was machen wir denn? Wie geht es weiter? Kaffee hatte ich schon. Kaffee trinken. Kaffee. Mal ein bisschen Kaffee und Kuchen holen. Wenn ich da raus in diese Wirklichkeit. In dieses Real Life. Also ich habe hier so ein Fenster. Das ist also die Fortsetzung dieses Bildschirms quasi. Man könnte jetzt sagen das ist auch irgendwie so eine Illusion. Dass man da Wolken sieht und Häuser und Menschen. Also das sind wahrscheinlich so ein bisschen wie bei altes Life. Das sind so Zombies die da draußen rumlaufen. Äh. Ja. Okay. Dann machen wir. Andi da brauchen wir mehr von. Da brauchen wir mehr. Äh. Ne das reicht. Das reicht. glaube ich. Gucken wir mal eben. Gucken wir mal eben. Dann kann die schon mal weitermachen. Komm. Mach den ja. Pyro. Warum willst du eigentlich immer gesiezt? Ja. Das weiß ich auch nicht. Die Leute haben irgendwie das nicht begriffen. Die Leute können nicht lesen, nicht zuhören, sich nichts merken und machen dann alles was sie meinen das richtig ist. Aber ist ja nicht mitnichten so. So. Jetzt müssen wir. Ah ne. Das machen wir besser hier im Inventar. Es ist nämlich einfacher. Und dann kriegst du das. Komm mal her. Zupp. 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 Und dann brauchst du wahrscheinlich noch so ein Redstone Dingsbums da unten. so ein Call Teil. Das dachte ich mir. Haben wir Redstone. Doch. Wir haben genau noch zwei Redstone. Das ist doch voll cool. Würdet ihr sagen. So. Und damit hätten wir den auch. Der braucht aber Strom. Und dann müssen wir mal gucken, ob der aufs Schiff braucht. Wenn wohin denn auf dem Schiff haben wir im Grunde noch gar nichts was Strom ist. Das müssen wir uns jetzt mal überlegen. Das können wir auch nicht von hier aus von unten in der Mitte des Schiffs machen. Das geht nicht. Weil ähm. Das soll ja auch offen bleiben. Luftig und so. Das müssen wir dann hier unten in der Tiefe des Schiffs irgendwo bauen. Wir müssen sowieso eine Stromversorgung irgendwie haben. Und da wir die vorne und hinten brauchen, wird die sicherlich hier in der Mitte sein. Vielleicht bauen wir hier so einen Atriaktor noch hin. Genau. Für die Schiffschrauben. Also für die. Das ist so ein Schaufelradbagger. Ähm. Schaufelrad. Also so ein. So ein. Mr. Sipfel-Dampfer. Ne. Mit so einem Schaufelraddingen. Und das war halt hier in der Mitte. Vielleicht bauen wir hier in der Mitte noch so einen Atriaktor mal hin. Oder. Mal sehen irgendwie was in der Richtung. Das heißt wir machen jetzt erstmal die Stromversorgung. von hier aus. Bedeutet, dass dieses Teil erstmal ohne Strom hier an die Seite kommt. Reingucken. Genau. Da kann man jetzt alles mögliche einstellen. Hier gibt man irgendwelche Sachen rein. und dann gibt es hinten Level und tausend. Und man muss doch auch diese Mob-Pesence und so weiter haben. Was heißt Zweck? Ähm. Jojo. Bau doch ein Solarpedal. Oh ja. Coole Idee. Ja. Hast du völlig richtig. Bau kannst. Ich habe eins als Clip gekriegt. Ähm. Völlig richtig. Völlig richtig. Völlig richtig. Völlig richtig. Ähm. Den bauen wir wieder ab. Wir bauen doch oben hin. Mit einem Solar Panel. Genau. Aber wir müssen dann den anderen auch noch auch Symmetriegründen haben. Weil das sehe ich nämlich nicht ein, dass ich hier... Komm ich habe also... Das ist auch weg. Also die Sammeln einfach die Sachen einfach ein. Äh. Kommt ein Schild dran. Ich habe die mir mal geliehen. Weil... Wo sind meine? Ja. Müssen wir mal ein Schild dran stellen. So. Da haben wir welche. Oh. Ich glaube ich sollte mein Inventar mal ein bisschen bereinigen. Hä 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 ö. So... Ein Schild hinstellen. Wo ist meine Vipsolarzelle? Ich hätte glaube ich so eine blaue oder grüne oder sowas. weiß ich jetzt gar nicht man kann doch beschreiben oder was läuft hier ist das jetzt wo ist meine okay dann jobs zwei sind mir vielleicht sogar lieber als eine aber ich könnte mir auch noch ein paar bauen aber gut machen wir das später jetzt mal gucken wo wir denn die solarzellen hinkriegen weil du hast völlig recht sollte man haben das war mal gucken ich habe eine coole idee über das machen das war auf dieses teil kommt hierhin wo haben wir es da nur gucken ob wir da jetzt wir müssen mob essence rein tun die müssen wir mit der hand dann immer mal rein tun das ist ja noch nicht das problem könnte man ja vielleicht so und oben drauf welcher block das ist und drauf kommt dass diese solarzelle dieses 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 ding ist das oder genau daneben zählt ja ist klar was als ob xd was auch immer das jetzt meint so wo haben wir das bierkotter und aus symmetrie gründen brauchen wir das natürlich hin und nochmal hin denn da kommt ja das teil was wir gleich noch bauen jetzt wollen wir jetzt diesen 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 auto dürfen wir diesen diese entschalte apparat natürlich haben als ob was will denn der wisse pausiert pausiert rs was auch immer sein soll was will er uns damit sagen dass man auch hier diesen nämlich auto diese entschalte die sie auch noch haben und wir müssen noch ein bisschen mehr von diesem plastik zeug haben wir haben genug auto diese entschalte heißt entspannt mit router wie ist das der füge vielleicht kann man da irgendwelche sachen irgendwo hin leiten oder so jetzt gucken wir uns später mal wir machen ein tutorial machen wir noch ein tutorial aus ein tutorial ey du scheiße einmal den einmal den was findet dieses redstone gold aber selber hier quatsch und dann redstone redstone nummer 105 die müssen wir erst fertig machen ähm inventar immer wieder voll echt sowas von crazy den baum ist erstmal irgendwo hin das tut man auch gleich der sieht gut aus den kommt den turmer vor der als kartentisch in den pass auf das baum von in die da wurde er und die schrift leitung sich daher verlust hier tun wir hier mitten hier so art woanders hinstellen ich glaube nicht dass der was braucht guck mal ne da braucht eigentlich nix ne receipts ja ja genau den bombe kann man aber auch symmetrie grün 2 oder so hm na schauen wir das ist das logbuch na wir werden das schiff schon aussteigen mit einem scheiß pass mal auf hallo pyro könnte ich mod sein dankie moon 2 ähm weiß ich nicht ob du das sein könntest ähm das hängt da von verschiedenen sachen ab also erstmal kenne ich dich jetzt nicht sagen du hast irgendeinen anderen namen hier der sich von deinen normalen namen wo ich dich vielleicht kennen würde unterscheidet dann müsstest du mir deinen richtigen namen sagen und dann müsste ich dich vielleicht sagen wir ein halbes jahr oder ein jahr lang schon kennen und weißen wie du wissen wieso tics und dann können wir uns darüber unterhalten es gibt leute wo ich das rechtlich schnell meine dass das so sein könnte manche eben nicht das hängt so ein bisschen auch von meiner lust und laune ab ich habe zum beispiel ein hier in welcher auf jeden fall irgendwie jetzt demnächst mal mobben nehmen und nicht modden modden nein modden aber das ist eben abhängig von sagen wir deinem verhalten hier im chat und sonst wie ja und das kann oder kann auch nicht und wenn es kann dann kann es schnell oder langsam das hängt so ein bisschen auch von meiner laune ab so weil ich habe keine lust begründung weil ich habe keine lust mehr solche flausen heines in den hals zu setzen die dann hier irgendwie als mod auch noch ihren mist machen ah ne ich hab Zeit für so jetzt machen wir mal hier was folgt wir waren jetzt hinten redstone brauchten wir noch das war irgendwie so ein problem genau da wollte man die call machen was hat man hier ne call machen redstone call dingsbums so die kommt jetzt hier rein und da haben wir den auch fertig und das gold und sonst alles ziemlich sinnlos sondern diese entstand da auto des entstand da den implementieren wir jetzt hier wo ist die solarzelle das mit dem auto das brauchen wir ja nicht unbedingt das weiß der folge aussehen dass überhaupt was tut hier oben komm her das ist der auto des entstand da mein strom schon drin da brauchen wir auch wieder work und sonst was alle repeat no repeat yes na super klar so ok dann halt nicht ist schon ok ja gut heißt ja nicht dass es äh nicht wird aber wie gesagt das du musst geduld haben vor allem mit mir also das ist schon mal klar was ist das für ein kabel was du für die für die maschinen hast ein kabel äh was warte mal ich verkleide das ähm ich weiß es nicht welches kabel für maschinen du meinst hier oben das hier oder das ist eine solarzelle oder was meinst du oder was meinst du hier hier für maschinen du meinst diese kabel oder was ich warte mal ein paar Sekunden meinst du die kabel 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 ja kabel ist schon klar aber welches meinst du ich fliege ja durch die gegend und das hier ist ein änder energy conduit wenn du das als kabel meinst gut ähm was haben wir noch nicht wir wollten nochmal mehr so Enchantment Dinge hier gibt es noch diesen Enchantment Router was haben wir denn hier oben noch Mana Enchanter na super naja ja das geht wahrscheinlich hier er muss doch dieses Mana Zeug noch haben und dann solche Pylonen dabei oder so Osmotik entstand das von Tom Cruise das kann ich nicht gut so ja wie heißen die ja habe ich ja gerade gesagt das sind Ender Energy oder Energy conduit hier diese meinst du ja das sind hier ey hallo das sind Ender Energy conduits das meintest du ok alles erledigt super dann sind wir uns ja wieder einig wir sollten vielleicht doch mal auf die blöde Idee kommen uns da hinten ein ME System zuzulegen ne weil das geht echt gar nicht mehr ne ähm Applied Energy sticks wollen wir uns mal ein Energy Acceptor bauen und den werden wir natürlich nicht kriegen weil hey ok wie cool ist das jetzt so und dann müssen wir uns einen Drive ein ME Drive bauen werden wir nicht haben ist klar war so klar wie Kloßebrühe war so klar wie Kloßebrühe war so klar wie Kloßebrühe und engine ey die haben diese ey das versteh ich wieder nicht ne oder sind die Platten irgendwo hier hinten in diesen Dingern ich hatte da extra extra das so gemacht ey ich versteh die Leute warum machen die da nicht eine Kopie von lassen das hier im System ne setz geht der gar nicht jetzt haben die das gemeinschaftssystem um die um diese komischen platten da einmal gemacht das ist ganz einfach er kann sich eine kopie ziehen und ich hole mir jetzt mal raus weil ich keine lust habe die zu suchen ich weiß ja dass er die hat vielleicht auch in seinem me systeme kopie kriegt schon mal gucken wir mal ich gehe mal in seinem system hat er eine wie heißen die ins kreiber natürlich genau nicht ja ist mir schon klar oder wie heißen die niederholung aus gleich die das worauf ob ich da sonst was war aber hier drei fälle drei hat natürlich nicht automatisch da wollen wir schauen wo haben wir den 333333 sie sind wir nicht da war meldet er sich nicht doof kabel hatte keine kabel das hat denn überhaupt da was hat denn überhaupt da nicht viel nicht viel hätte ich es mehr erwartet eigentlich ich lese mal wieder warte mal bei 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 wie heißen diese genau das meinte ich ja ist ja okay heißt müssen wir feiber cool wie hat das alles nicht wo man immer doch hatte da hat er was von wenn man das machen und an dann müssen wir die flux flux ding ins bums haben warte mal dann kriegt er das dritt ne die nebenbei aber auch sonst hat das im system durch so okay jetzt machen wir den drive 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 schaust wo ist denn das ding immer da genau da machen wir jetzt mal 1 wir machen zwar kommt wir machen zwei machen wir noch wir machen auch gleich vier damit in ruhe weißt du zwei drei vier haben wir richtig viel davon solltet ihr mal wieder okay baut ihr ne weil das mache ich nicht ne 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 das machen wir anders das war mit logistikpipes das ist um vieles besser wirst du dann sehen ganz einfach aber um echt um vieles besser so aber jetzt müssen wir etwa für die speicherei was sorgen das ist also das zeige ich euch noch das habe ich jetzt letztens auf dem inf 3 schon mal in einem von den streams gemacht und das mache ich auch wieder weil es ist du kannst mit dem mit dem logistikpipes kannst du überall darauf zugreifen dieses wireless hat ja nur eine bestimmte reichweite ne das heißt ender energy conduit schreibst die info auf oder gut noch der not enough item kannst du natürlich nicht gucken wenn du den namen nicht kannst so okay naja jetzt brauchen wir hier vorne die platten wir müssen ein paar von dem hat er die hat er 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 davon machen wir uns erst mal 20 stück start und ab geht's war die wenn man davon 20 stück haben können wir nämlich wo sind denn die wo sind denn die das deutsch zähl was läuft denn jetzt ab mache ich etwas falsch leute von dem mache ich jetzt nur zwei damit das system nicht über überhebt ich lese den chat jetzt gleich wieder moment ah jetzt hat er das ok wir kommen gleich wieder pürg an mein im e da kannst du es auch bestellen ja jetzt bin ich hier bei dem bei dem diener aber ich kann auch zu dir gehen das ist jetzt nicht das problem nicht hatte einfach ich weiß gar nicht wo er die wo er diese diese ins kreiber presses habt dass die hätte ich ja eigentlich am liebsten selber gehabt aber gut ich bediene mich dann bei euch erstmal und dann brauche ich das wenn ich das so weit ist brauche ich mir die ins kreiber ja auch noch ein schiff ein aber eigentlich könnte man ja sowas als zentrale fabrik haben da braucht ja nicht jeder das zu haben ich will bei mir nur so ein paar items speichern können weil ich da jetzt keinen bock habe das dort hier zu einzeln zu haben das machen wir vielleicht mal folgendes hatte mal so mal direkt mal überlegen dass sie hinten machen wir zu so einer fabrikhalle vorne ist ein bisschen das ist ja auch hier hier kommt der motor hin oder so motor der energie hat wenn es kapazität der bank ist vorne kommt noch ein bisschen schlafsalon und duschen und sonst was hinten kommt der maschinennorm genau das heißt hier werden wir jetzt im e system bauen und zwar die schönen drei jetzt mal dahin 4 3 jetzt müssen wir noch den energie excepter irgendwo hin bauen ich hoffe nicht dass wir auf wasser stoßen nach ein gut wo unser da ist er energie excepter jetzt kommen die ganzen platten da rein so und noch aber kein strom also man das ist ja schon mal klar wir haben noch kein kein bedienungs und dauert nicht so lange wie beim dritter ja gute idee ich weiß es allerdings nicht wo deine anlage ist und so vernützt mir das ist nicht so viel außer dass ich jetzt mal hier gucken warte mal ne das hier hinten das ist ja beim what's the fuck what's the fuck he is ugly das ist ja beim ugly wo ist denn deine maschine das ist ja nur der baum boah guck mal hier unsere farmen haben die untertage wie krank ist das jetzt hier ich weiß nicht wo da die in den bären den gang runter in den bären den gang runter okay ach hier okay 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 so oh mal gucken was er hier hat auch so eine schaufel hat wie kommt denn mit so wenig energie aus ja so nett hier was hast du hier ein dropper was droppst du denn da hoffentlich ist ich habe das schon richtig okay nicht und cool nicht und cool was ist das jetzt hier so dich krit turpin bis zum erbrechen da immerhin hat er vernünftige energiemengen ehrlich ne also naja hat er auch so hat er sich aus und der coach und sporter den gebaut oder was wie guckt man da rein gar nicht na gut egal da habe ich ja eine für das müsste eigentlich reichen so jetzt muss man gucken wo hat er sein me system hier sein me system mal gucken was er da hat was brauchen wir überhaupt wir brauchen jetzt so ein terminal so ein terminal hat der terminal nein hat kein terminal dann links turbinraum ja 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 das äh ja 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 die etage gucken tiefer als jette ah ja ja gut natürlich was muss man gucken was ich brauche dafür wo ist in der dingsbums da ist auf der nächsten seite an die lischen anlischen gut und blieb bei den jahren hat er sogar zwei ich mache mal das rezept weg was hat er die teile warte mal er hat er wahrscheinlich nicht noch mal gucken ob das hier hingewiesen ja nicht ganz was fehlt ihm an die lischen gleich machte mal ein paar soll er angeblich schnell gehen machen hat er schon cool so dann haben wir den davon werde ich aber direkt mal vor menschen dann machte ich auch mal zehn von das habe ich auch wieder ruhe so der 6 naja also zwei von denen haben und dann möchte ich haben dann möchte ich haben dingens hier interface den will ich nicht wieder den wo sind der kräftigen die kräftigen ob er das hat die kalkulation brauchen noch kalkulation sondern auch mal zehn von machen hast du auch wieder ruhig war immer gleich paar mehr da hast du dann in deinem laden dann entsprechend genug drin so wird dort eine reicht mir erst mal aus die recht sich ganz selber haben was heißt ich mache noch mal ein so dann brauche ich noch das führer wie ist das wetter bei dir ich sag mal so wie ich am bildschirm sitze und sonnenuntergang gucke und schön wetter ist immer schön wetter das ist der vorteil kannst urlaub im bildschirm machen musste nur einen großen bildschirm haben also noch ein bisschen größer wird als der und ich baue mir den gleichen hier oben drüber so was man so gucken kann so eine also arbeiten da und dann relaxed man nach oben gucken und da ist halt immer irgendwie so ein schönes strandbild mit sonnenuntergang und links ist familie schabau oder die weinchen oder kölz und rechts und mir ist baguette mit käse mehr braucht man nicht da hat gerade einer gefollert ja besten dank fürs folgen immer reinhorn verbreitet dass den server gibt den 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 die verrückten hier die prüsten das verbreitet dass die ganzen verrückten prüsten gibt machen wir eine welt um spannende sekte von sekt trinkern und dann werde ich sekt kellermeister da könnte nur noch monopol sekt kaufen ich will jetzt noch dieses eine ding diesen 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 wo man das die die rezepte mitmacht für die molekulare assembler interface interface wird auch mal aber das schon automatisch das kriegt er nicht da kommen später noch mal machen aber den anderen bräuch den pettern den borg pettern termin er genau den brauche ich so das habe ich bedrohung der blöd er hatte mich über tisch wie hat das ist der mich über tisch gezogen geht dann gar nicht moment mal lass mich doch nicht von seinem system verarschen mal gut egal machen wir erst mal hallo da ist ja kuba da hey moin moin so ich gehe mit zu mir rüber ja basteln und das wird uns ja auch alles nur dann dass wir noch energie haben also ich meine löcher in die stemmen in die wände bauen das ist auch immer gut darf ich mal also da kommen die beiden hinten hin zu bräuchern das kabel 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 was haben wir denn hier na gut da müssen wir mal gucken wenigen channels später aber das können wir immer noch machen mit den channels war zu mal das machen von vornherein wir machen das so vornherein anders weil es ist ja das schiff ist erklärt wir müssen ein bisschen tricksen denke es macht mehr sinn dass wir die hier von vornherein der zwar anschließen jetzt aber dass wir das kabel hier kappen können und die speicherung von den von den kräftigen maschinen trennen das werden wir machen eines teils aber jetzt machen wir erstmal die dinge hier anschließen und zwar einmal da und einmal da so genau das habe ich auch kein strom jetzt müssen wir uns noch strom überlegen aber solar was wenn du mal blaze rot gold oder smarte brauchst davon habe ich die große farm ne was ich lieber brauchen würde ich hatte irgendwann am anfang als vip mal so eine solarzelle die hatte ich irgendwie gekriegt so mit den enderquellen und sonstwas ich weiß nicht die hat man doch auch irgendwo stehen aber ich weiß es gar nicht mal war das so eine goldene oder so ich meine es wäre so eine blaue gewesen ich bin mir nicht sicher wo ist die wenn es die irgendwo gibt und wer hat die und warum nicht ne gut weil solar ist auf dem schiff gut also das werde ich auf jeden fall den gedanken weiter fährte folgen aber hier unten im schiffsbau aus solar nicht so super toll müssen wir mal gucken wie wir das strom solar hier von oben runter kriegen bei hinten habe ich mir jetzt zwei von euch mal einfach genommen so nach dem motto irgendwo muss ich ja was gar nicht jetzt muss ich hier was strom hier und runter kriegen irgendwie strom und zwar genug strom genug strom das heißt es wird es geht mit dem test von der haupt vom hauptstrom schlimmste kann auch ein notstrom generator daneben bauen das hat kann natürlich keines klar ist die folgenden holt ist leer nehmen auch mit das sagt hallo chat und chat ist heute drei jahre alt tun wir mal so als würde er das ohne enderem nicht können ja das dachte ich mir schon wir haben auch nicht so viel er darf haben eine menge von ja das war mal hier unser spezial dienst übergehen das kommt später das machen wir erstmal ferris so hallo kubalt trisulfid hallo genau die beiden meinte ich das kann weg das kann weg das kann weg jetzt müssen wir das pulverisieren ne das war schluss jetzt hier mit euch das nehmen wir mal ich muss immer meine rücke werden gerade machen warum gibt es keine arbeitsplätze platz kommen jetzt auf die tastatur die richtigen fällen zu den fingerlacken gleichzeitig gleichzeitig der monitor nicht so weit weg ist so ok jetzt muss man das ganze mit einem eimer ein eimer wir hatten mal ein eimer da ist ein eimer ein eimer mit wasser machen wir jetzt mal ein eimer ohne wasser raus und dann was ist denn hier noch das war was ich letztens suchte genau was wollte ich jetzt das wollten wir hier silver ne ne tin ist das zinn brauchen wir dafür zinn 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 nicht so viel aber wir haben zinn und dann haben wir silver das reiche wochen nur einen versagt erst mal der rest wird dann sowieso irgendwann mal anders dann machen wir dieses shiny zeug herein und dann müssen wir enter der dingsbums haben die wir dann hier reinschmeißen wo sind noch richtig drin nö ne ja auch nicht nö also cool 16 brauchen wir nicht wir brauchen nur 2 knochen brauchen wir nicht äh diese komischen dinger brauchen wir jetzt auch erstmal nicht im grunde genommen das kippe auch später nochmal müssen platze schaffen so wie war dieser denn jetzt ok number one ich glaube sogar 1 reicht uns noch viel mit vier kriegt man einen tesserakt wir brauchen doch noch einen zweiten ist kein problem haben wir ja so vorgesehen passt wackel und hat luft wir brauchen zwar nur ein tesserakt aber immerhin das haben wir noch einen mehr kurz das muss der quark hier hinten rein na komm das dauert jetzt wieder zurück schön für dich ich bin nicht zurück ich gehe jetzt und zwar kaffee oder tee oder so oder was auf jeden fall verschwindet dieses ding hier denn da habe ich ja lange für gearbeitet so machen wir eine genau ok dann können wir jetzt hinten hin tesserakt bitteschön hätte ich gerne zweimal und dir was kann die also mehr ich weiß wer die kriegen wir schmeißen sie einfach hier in den pulverweiser diese dinge hier dann haben wir die aus wo ist denn da da so heute ah ja nee ok wie geht es mir gut bis jetzt jedenfalls aber ich habe ja auch ein bisschen geschlafen insofern ist das ja eh durch so das haben wir schon mal jetzt müssen wir die dinger füllen das schmeißt man noch mal acht und rein aber schmeißen dann hier die frames rein und dann müssen wir daraus mit dem bronze und dem silber tesserakte machen dann haben wir einen drüben dem ans hauptsystem energie system anschließen number one und noch einkommen kommt noch mal so die kommen jetzt hier wieder dabei hier in der mitte und dann kommt hier das hat guck mal an guck mal so schön geht da so schön kann minecraft sein very easy very simple so jetzt brauchen wir die aber nicht weiter hier zu privatisieren oder sowas sondern wir nehmen die direkt hier hinten hin wir machen das warte mal wenn das unser maschinenapparat sein sollte dann müssen wir das andersrum bauen und zwar der weg der dahin und dann bittet der serag dahin und den gete mit gemeinschaftstrom auf receiving nicht all energy und ab geht's wieso hat er jetzt achso hat er wieder vergessen der blöd so jetzt schmeißen wir erstmal alle scheiß da rein die wir hier nicht sofort und dringend irgendwie brauchen das ist ja wo klar den zweiten testerakt und sowas schmeißen wir erstmal alles da rein das schmeißen wir da rein das schmeißen wir jetzt allen scheiß rein die platte die schmeißen wir noch irgendwo damit rein so das sieht es eigentlich gar nicht schlecht aus obwohl ich hier nicht nur verarbeitete sachen haben wollen würde aber egal das kommt da rein so 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 Wir wollten die draconische Rüstung haben. Müssen dafür noch ein paar Endermen, äh, nicht Endermen, äh, Enderdrache killen? Ach, mit dem Enchantment wollten wir das, das wollten wir auch noch ausprobiert haben, ne? Enchantment, jetzt haben wir das Ding, jetzt machen wir mal diese Liste, ich weiß gar nicht, gibt es hier so eine Liste? Ah ja, was kriegen wir denn? XP, Auto Smelt, nö, Protection, Protection, Feather Falling, Pro Respiration, nö, Torz ist immer gut, Torz 3 ist geil, Aqua Affinity, nö, Sharpness, Smite, Knockback, Fire, Looting, Looting, Zyptats, Kohle wollten wir ernten, ne? Ähm, ja, wir müssen Kohle haben. Wir gehen auf jeden Fall jetzt Kohle sammeln. Ohne Kohle können wir kein Gold erlösen, ohne Gold können wir mit keinem Draconium irgendwas weiterbauen. Auf jeden Fall geht das aus, auf die Art. Das heißt, wir sind mit dem Schiff ja schon ein bisschen weitergekommen. Auch nur ein bisschen. Also ehrlich Leute, ich hole mir jetzt erstmal Kaffee. Schönes Bild, ne? Sonnenuntergang fehlt noch, aber ansonsten passt es. Ein Kaffee oder ein Tee? Ne, Kaffee. Ne, ist besser. Denk ich mal. Ist gesünder, Kaffee ist gesünder. Ne? Kaffee ist gesünder, Kaffee ist gesünder, Kaffee ist gesünder. Kaffee ist gesünder, Kaffee ist gesünder, Kaffee ist gesünder. Kaffee ist gesünder. Kaffee ist gesünder, Kaffee ist gesünder. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Was brauchen wir? Wir brauchen so eine komische Biene. So eine Prinzessin mit so einer komischen Drohne. Biene, Haus, Ei, Bewaffnung. Bewaffnung haben wir. Ein 41 Schuss reicht noch für mindestens 10 Drachen. Mindestens. Dann kriegen wir das mit Dachonium und das passt. Dann müssen wir mal gucken. Ob wir diesen ganzen G-Industrie-Kram die beiden mal miteinander vermählen. Jetzt müssen die natürlich erstmal auf den richtigen Level gehoben werden. heißt, wir haben hier so drei Schuss bezahlen. Also einmal dieses, einmal dieses und dann war es das. Die beiden schmeißen wir mal da nacheinander auf das Bienchen drauf. Damit das schön ist, das Bienchen. Ein bisschen frisieren, toupieren, Haare färben. Hat doch echt letztens einig, weil ich sollte meine Haare färben. Ey, da bezahlen Leute, was weiß ich, 50 Euro für, dass sie so eine Haarfarbe haben. Die so Mädchen, die machen nichts anderes als beim Friseur rumhängen, nur um das zu kriegen. Soll ich das mal weg? Ey, ich konnte meine Haare, ernsthaft, ne? Dann hat mich schon mal wirklich, also so ein Friseur mal gefragt, ob ich ihm nicht seine Haare geben würde. Das war jetzt irgendwie, okay, machen wir das nochmal. Also im Sinne von beim Friseursitzen, die Haare, da ist ja eine halbe, wenn ich meine Haare normalerweise etwas länger habe als heute, oder früher zumindest, dann war dann der ganze Laden volle Haare, ja? Also, da meinten die ernsthaft, dass sie das verwenden können für Brücken. Das ist kein Scherz, ne? Aber gut, habe ich da nie verkauft, was soll der Quatsch, ne? Ich habe so viele Haare, kann ich heute noch einen großen Laus mal aufmachen. Ich kriege, also zumindest absehbar, habe ich keinerlei Probleme, aus Altersgründen eine Glatze zu kriegen, oder sowas. Außer ihr ärgert mich, dass ich mir die Haare vom Kopf reiße, dann sieht es anders aus. Aber so hart seid ihr doch noch nicht drauf. Selbst die kleinen Kinder, die können ja nicht hart drauf sein, weil sie gar keine Ahnung haben. Aber die Älteren sind dann schon so weit, dass sie vielleicht die Ahnung haben, aber auch die Vernunft. So, jetzt wollen wir hier nochmal ganz kurz den Eimer verschwinden lassen. Jetzt haben wir die Biene, jetzt haben wir das Ei, jetzt haben wir den Sack. Jetzt müssen wir nur Cobblestones haben. Nehmen wir mit. Denn dieser blöde Drachen hat ja die Idee, immer alles kaputt zu machen. Äh, hi. Ach, war es in Bonn. Ey, Bonn? Wohnt ihr in Bonn, oder was? Hm. Koma and. Also der Name hört sich immer zu allem, das würdest du da wohnen. Man kann hier in Bonn wohnen, das geht. Ist zwar ein Dorf, wir haben aber nicht den abgehobenen Idioten-Kram wie das Dorf da östlich von Neust. So, sollen wir mal gucken hier, wo wir unsere Schlachtmaschine haben. Da ist unsere Schlachtmaschine. Okay, wir müssen erstmal den Apparello hier haben, ganz ohne macht das dann der doch nicht. Ich würde das ja gerne mal so haben, dass der nicht immer alles kaputt macht. Das ist mir, also, ich weiß, dass es da, also, irgendwie was gibt, dass man zumindest die Bienen retten kann. Oder das Bienenhaus ist ja egal, aber die Bienen retten kann. Das ist mir aber leider noch nicht so richtig klar, wie das am besten geht. So. Jetzt machen wir mal, bevor ich gehe mal hier runter, mache den hier schon mal aktiv, schmeiße das Ei hin. Ah ne, jetzt haben wir hier unseren, ne, dann müssen wir natürlich, äh, so, das geht's nicht. Jetzt müssen wir auch darauf achten, ob diese komische Drache in welche Richtung er fliegt. Wenn wir eine Farm bauen wollen, das ist eine gute Idee, ich hatte irgendwie vorhin einer, ne, mir ist nichts Besseres eingefallen, also, na gut. Also, hatte er einiges gestern oder heute Morgen oder wann auch immer jedenfalls die Idee, so nachdem wir lassen, soll man eine Drachenfarm bauen, also im Sinne von Farm, automatisch, ne. Und das setzt voraus, dass wir das Verhalten des Drachen sehr, sehr genau studieren, um zu gucken, an welcher Stelle können wir ansetzen. Moin, moin. Heißt, wir werden jetzt mal sehen, wo er herkommt, wenn er dann kommt. Äh, kommt er nicht? Zu tief. Zu tief. Dann müssen wir mal ein paar Steinchen draufbauen. Das ist immer auch so eine Sache, das habe ich also auch noch nicht so ganz raus, ab welcher, welcher Situation der das dann zulässt. Das ist auch immer unterschiedlich. Ich habe, also ihr seht ja dieses Gebäude hier, habe ich jetzt schon immer verschiedene Bauhöhlen versucht und nicht immer klappt das, ne, also, ganz merklich. Dich habe mir mal alle hingeführt, fahrst du doch mal, welche brauchst. Achso, ja, naja, ja. Ne, besten Dank, Voto. Also, gucken wir mal. Voto, ich bin sowieso der Meinung, dass wir dann langfristig hin, da haben wir ja sowieso alles, da lohnt es sich ja dem einen dem anderen nichts wegzugriefen, also Quatsch, ne. Sondern, dass wir irgendwie, dass wir hinkommen, dass wir die ganzen ME-System einfach über solche Quantumringe miteinander vernetzen. Dann haben wir das, also locker ohne Kabel, da kann ja jeder in der Welt nie was haben, ne. Aber das können wir machen, wie wir wollen, oder wir können das auch mit Logistikpipes machen. Geht auch, ne. Ähm, tü-düm, tü-düm, so. Schmeißen wir hin. Nicht zu, warte mal. Hinschmeißen. Und gucke, wann denn der Blödbank kommt. Oder hat die das Resurrection verloren? Moment mal. Was hat das? Ah, ich glaube, ich weiß, wo der ein Problem ist. Da tut nämlich wahrscheinlich wieder weh. Ich weiß es nicht ganz genau. Aber wir werden sehen, wir werden sehen. Jetzt kriegt das erstmal da hingeschmissen jetzt. Immer noch nicht. Ey. Wo ist da ein Problem? So hoch. Wenn der das so hoch hat, dann ist das sowieso das alles weg. Genau. Ah, ihr seht ihr, der startet in die Richtung. Also, von wo man aus guckt, startet dann. Deswegen mal gucken, ob ich das wenigstens die Biene noch retten kann. Ne. Ach doch, die Biene ist noch da. Guck mal. Das ist cool. Okay, also halten wir mal fest, so für Farmbauideen. Der startet aber immer von hier aus sozusagen nach links weg. Das ist mir schon mehrfach aufgefallen. Egal welche Richtung, ne. Ja, du kannst ja noch ein bisschen leben. Ich lasse dich ja. Mach noch mal ein paar Freiübungen, ne. So. Ja, ja. Ah, du kommst zu mir. Warte mal. Genau. Das heißt, man müsste sich selber als Lockvogel irgendwo hinstellen. Und dann muss da irgendwo in eine richtige Höhe kommen. Der kommt ja nicht von oben. Der kommt ja so horizontal geflogen. Das heißt, in der Ebene müssen da ganz viele Grinder. Die haben ja immer so sieben nach oben und nach unten. Und nach rechts und links auch sieben. Das heißt, man könnte hier in so einem Abstand so eine ganze Batterie von Draconium Dragon Grinder machen. Wo ist er denn jetzt? Hat er keine Lust mehr. Hey, du musst es mal mitspielen hier. Bist einer der Privilegierten, die mitspielen dürfen hier. Mach er mal. Hey. Schiss. Schiss, Wichser. Mach mal. Ah. Komm, ey. Wo bist du? Da, ne. Ja, ja. Genau. Der fliegt so um einen rum. Da, da, mal gucken. Also, man müsste das ein bisschen heller haben. Habe ich das nicht hell hier? Warte mal. Doch, habe ich. Ja, ist ja gut, Jung. Ich will doch gar nichts von dir. Ich will doch nur gucken, wie du rumfliegst, um das mal zu lernen, zu studieren. Abschießen kann ja jeder. Versucht man das Ei zu platzieren. Welches Ei? Ich habe keinen Ei. Was willst du da platzieren? Guck mal, der dreht sich um einen rum. Das heißt, der hat ein gewissen, guck mal. Oh, da sieht ja mein Blick aus. Guck mal hier. Den kann ich wieder alleine, du. Guck mal, wie geil das ist. Wenn ich jetzt ein Draconium Sporner wäre, der wäre schon ein paar Mal tot, ne. Guck mal, mal gucken, wo wir bin andersrum. Wisst ihr? Der scheint seinen Kurs zu verändern, entsprechend meiner Blickrichtung. Guck mal, ob das andersrum auch geht. Ne, dann lässt er sich jetzt nicht drauf ein. Ne, 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 ne. Hm. Ah, da ist er wer. Beste Dank fürs Followern. Ich will jetzt noch Drachen gucken. Ich kann jetzt nicht auf... Ja, ja, mit Quintex, wie auch immer er heißt. Herzlich willkommen in unserem Wahnsinn. Ähm, ja. Ich gehe mal wieder runter, weil vielleicht kann man hier noch irgendwie unten auf der Insel irgendwie was ein bisschen besser eingruppieren. Mal gucken. Ob der da irgendwelche typischen bodennahe Verhaltensweisen aufweist. Weil Draconic Grinder irgendwo in der Luft stellen ist grundsätzlich möglich, aber vielleicht gibt es doch auch was Besseres. Hey, Alter, wo bist du? Hast keine Lust mehr? Hm. Komm, mach mal. Drachen. Spill mit. Mach mal. Mama, der Drachen will nicht mitspielen. Kannst du dem nicht mal sagen, er soll kommen? Scheiße. Faule Ratte, ehrlich. Jetzt ballern wir den ab. Der spielt nicht gut. Wir nehmen den nächsten. Wir nehmen den nächsten. Der spielt nicht gut mit hier. Hahaha. Da, komm her. Wo bist du? Jetzt kriegst du einen abgedreht. Ey, jetzt hat er sich schon wieder verdrückt, ey. Was ist das jetzt? Der ist echt dreist. Aber nicht ganz so verrückt wie dieser Chaos-Dingsbums. Der ist ja total abgedreht von der Programmierung her. Das geht ja überhaupt nicht. Hm. Wo bist du jetzt? Komm, lass dir mal so einen Blattschuss verabreichen. Da. Ey. Komm her, Jun. Und tschüss. Drei Schuss. Ah, man muss den von vorne treffen. Das ist am günstigsten. Scheiße. Komm, ist gut. Und alles nur, weil ich das Draconium haben wollte. Wehe, das Draconium ist hier alles weggefallen, ey. Ah, nee, da ist noch was. Ich glaube, das fällt erst runter, bevor der Brunnen entsteht. Ey, kannst du mal mitmachen hier? So. Ja. Besten Dank für's Joinen. Wie auch immer es. Torben Splein. Torben Splein. Hi. Ich will mein Herz haben. Los. Herz zu mir. Guck mal hier. Kann ich das hier greifen? Zu mir. Zu mir. Zu mir. Komm, komm. Ja. What is it? So. Jetzt machen wir unten ein Ei noch. Enerman. Das ist mein Ei. Wie das mal klar ist. Ich bin mir nicht sicher, ob das Ei da reinfällt. Oder ich sag mal so, ich hab den Fall noch nicht gehabt. Er springt weit genug von dem Brunnen weg. Enderman. Was soll das? Ist das mein Ei? Du kriegst das sowieso nicht. Echt? Ey. Was soll denn? Diese uneinsichtigen Viecher immer. 47. Guck mal. 47 von den Dingern. Das heißt, wir müssen dann nochmal 10, 20 von diesen Viechern killen und dann macht er das schon. Aber vielleicht können wir das wirklich mal automatisieren. Hör mal, pass mal auf, Enderman. Ich hab da so eine Idee für dich. Guck mal hier. Da hab ich so eine peinliche, eine peinliche Befragung vor. Peinliche Befragung heißt, geht es dir gut? Beliebteste Antwort, ich bin tot. Na, wo ist er jetzt? Guck mal her. Nochmal. Peinlich doofe Fragen mit noch dämlicheren Antworten. So. Ich lese den Chat jetzt gleich mal wieder. Ich muss mal eben ganz kurz hier noch mein Spielzeug einsammeln. Das ist so. Ähm. Ja. So, wir mal. Versuch mal das Ei zu platzieren. Ja, äh. Ich hab das Ei gerade wieder gekriegt erst. Hast du schon mal gegen die Monster? Nein, hab ich nicht. 1,9 hab ich überhaupt noch nicht gespielt. Die haben jetzt mehr künstliche Gänze, dadurch stärker. Ich hab keinen Bock auf starke Monster. Ich will spielen. Wenn ich kämpfen will, ne, dann kämpfe ich auch nicht gerne gegen Monster. Dann soll ich lieber gegen andere Spieler. Und deswegen werden wir in Border Games 3, die so völlig overpowered Monster auch komplett abschalten. Oder jedenfalls nicht mehr, dass ich so völlig ab... Ähm. Invisible. Spawn direkt neben dir und du bist instant tot, egal welche Rüssel du hast. Das ist Schwachsinn. Und, ähm. Dafür machen wir dann mehr PvP. Da müssen wir noch ein paar Gelegenheiten uns überlegen. Dass während des Spiels mehr PvP entsteht. Muss man sozusagen irgendeine Spiele unterwegs machen. Irgendwie sowas. Dass man Spiele hat unterwegs. Solche Spleeves oder irgendwie so ein Krempel. Wo man dann sagt, okay, der Gewinner, der kriegt dann, sagen wir mal, irgendwie, was ich, ähm, Drakonikrüstungsteile oder irgendwie sowas. Ah, muss man mal gucken. Obwohl, die bei Dings, bei Trinit gibt's gar keine Drakonik. Da gibt's ja nur... Ne, haben die ja gar nicht. Die haben diese Power Armor. Die es dann hier nicht gibt. So, wie lange sind sie jetzt schon wach? Ja, also ich hab ja heute Nacht dann irgendwann abgegeben. Sagen wir mal, um 4 Uhr bin ich eingepennt und nur halb, sieben Meter wach. Also waren zweieinhalb Stunden Schlaf. Aber dann hab ich gesagt, okay, dauernd war wach, war dann Ende, irgendwann Ende. 81 Stunden hab ich geschafft, so ungefähr. Aber jetzt bin ich seit, sag mal, seit 11 Uhr bin ich wieder on hier oder keine Ahnung. Kannst du hier mal gucken, wie der On-Time oder wie der Ding heißt. So. So. Wir sollten mal vielleicht diese ganzen blöden Dinger hier mal abdecken oder was, ne? Oder die killen nur noch da killen, wo keine von diesen Brunnen sind, damit das nicht da reinplumpst alles. Ähm, ja. Heißt, wir machen den nächsten jetzt, ne? Oder? Warte mal. Herz haben wir dieses Dorn. Epic Shader Graphic. Graphic. Ähm, deswegen ich das öffne, dann krieg ich da ein Epic Shader, keine Ahnung, dieser Schrott raus. Was macht man damit? Guck mal hier. Das haben wir hier. Ein Shader Angelus Thesis. Level Epic. Von Immersive Engineering. Was macht sowas? Keine Ahnung, ehrlich, ne? Müsste ich jetzt mal Google. Irgendwie Google. Shader Angelus Thesis. Das will ich aber jetzt wissen. Immersive Engineering. Shader Angelus Thesis. Das will ich aber jetzt mal wissen, was das ist, ehrlich, ne? Schauen wir mal, was Google dazu sagt. Genau. Wow, wow, wow. Mach mal. Internet, mach mal vor, dann. Na, schau. Ah, Items Edit bei Immersive Engineering. Wenn right klickt, ich will bla bla bla. Shader oder It's Level. For Example und so weiter. Jetzt machen wir mal bei den Shader. Mal gucken, was er dazu macht. Was er dazu schreibt. Shaders are special upgrades, added by Immersive Engineering for various items. They are applied in the Engineering's Workbench. Inside the special shader slot, shaders only modify the appearance of the revolver. They do not add any additional functionality. Shaders only modify the appearance of the revolver. Ach, wie sinnlos ist das jetzt. Shader on other things. Shader on Balloons. Shader on Railguns. Shader on Chemical Thrallers. Und Mindcasts. Das braucht doch kein Mensch sonst scheiß, ne? Ach, das sind verschieden aussehende Pistolen. Das heißt, man kann mit diesem Shader irgendwie auf so eine Pistole was drauf tun. Und so, ne, das ist sowas von sinnlos. Ne, ne, ne. Liebe Leute, nice, aber völlig schwachsinn. So, okay. Wo sind wir jetzt? Ja, 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 genau. Na gut, dann machen wir jetzt nochmal einen. Wir haben mal Platz im Inventar für so einen Quatsch. Außer können wir da nochmal beobachten. Habe ich denn noch so ein komisches Ding dabei? Das habe ich gar kein... Ja, da muss ich erstmal noch einen holen. Äh, so ein Peary-Ding. Bitte. Ich werde jetzt meinen Home.4 irgendwo hinsetzen, damit ich nicht immer... sethomeboot. Ne, nicht Boote. Delhome. So. Und jetzt gucken wir mal, was wir hier unten schön ist in unserer Maschine drin haben. Und zwar will ich hier diese... Sind sie hier auch nicht drin? Äh, wo sind die denn? Sind die noch vorne im Schiff? Da. B-Hausen-Appears. Äh, das ist egal, ne? Na, machen wir noch ein bisschen. End. Genau. Noch ein bisschen dran gucken, wie das geht. Dass man den vielleicht nicht mal irgendwann automatisch hat. Das wäre egal, ne? Könnte man eine Farm rausbauen mit diesen Draconik-Grindern. Das heißt, die würden dann irgendwo hier stehen. Da habe ich denn genug von dem Kram. Ja, gucken wir mal. Wir machen mal einfach... Wir messen den jetzt mal aus. Pass mal auf. Mal gucken, ob der irgendwie gleich oder ähnlich spawnt. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, mal gucken. Das wäre 10 Block von diesem entfernt. Und, oder ne, 11 Block, das ist blöd. Machen wir den mal dahin und das mal weg. Also von der Mitte aus 10 Block entfernt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So. Also wenn es dann ist, da war er in die Richtung fliegen und so. Mal gucken, ob man den... Der lässt sich ja nicht aufhalten. Aber man könnte immerhin mal versuchen. Was man... Da fällt mir irgendwas Schlaues ein, was man mit dem Fiech machen könnte. Könnte ja auch sein, dass da mal was einfällt. Irgendwann mal. Also das muss ich ja den Crossboys mal haben, ey. Sonst fliegt der ja völlig sinnlos durch die geht und wir haben gar nichts davon. Das geht ja gar nicht. So. Äh, ja. Ähm... Einmal bitte freundlich lächeln und... Ran an die Arbeit. Hatte ich das nicht anders gebaut? Moment mal. Oder war das höher? Moment mal. Wir machen das jetzt mal so, dass wir uns das versuchen zu merken. Ähm... Eins, zwei, drei, vier. Das heißt... Das wäre der fünfte. Abstand. Gut. Hinschmeißen. Und zu... Ey, 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 ey. Was läuft denn hier ab? Bin ich in dem Ding gespongen? Das habe ich jetzt nicht beobachten können. Schweinerei. Aber hier oben? Ja, ist ja gut, Junge. Hallo. Ich will jetzt mal die Biene retten. Du bist doch viel unwichtig. Du bist total unwichtig. Erst mal die Biene und das Bienenhaus retten. Was kostet... Ey, haba. Lass mich hier arbeiten, du Blödhaien. Kannst ja gleich noch mehr spielen. Jetzt hat er das... Ne, das Bienenhaus habe ich... Ne, habe ich das Bienenhaus? Ne, habe ich nicht gekriegt. Hat er mir geklaut. Echt, das ist doch eine Socke. Hör mal. Ja, du bist unerzogen. Du wartest gefällig. Du hast Bock mit dir zu spielen. Von wolltest du nicht. Jetzt will ich. Und dann machst du so eine Scheiße. Wo bist du? Komm her, du Eimer. Nein, das geht gar nicht. Wir gehen mal irgendwo hin, wo keine Brunnen sind. Damit du hier nicht mehr Mist baust. So, komm her. Tom, pom. Komm her, Feigling. Wo bist du? Komm her. Hallo? Ich lese mal erst mal wieder. Du bist wieder da. Hi. Ja gut. Ähm, zu dumm, zu dumm. Wo haben wir den denn jetzt? Hat er keine Lust mehr? Wir sind wieder weg. Das ist eine feige Sau, ist das. Komm. Schuss. Das ist von oben abgedeckt. Das geht. Das war sehr wichtig. Jetzt müssen wir das Herzchen noch kriegen. Komm her, Herzchen. Mein Herz kommt zu mir. So. Warten wir mal auf Herzchen. Und dann machen wir den Ei wieder ab. Und dann machen wir den nächsten. Snapcubics. Snapcube. Hi, hi. Hi, hi. Hi. Ja. Komm, mach mal hinne hier. Herzchen. Herzchen. Wie viel lang haben wir denn gekriegt jetzt hier? 64 und 11 sind... 49. 47 hatten wir jetzt, ne? Vorhin. 47, 27, 27, ja, das ist ein bisschen random mäßig. Gut, Mädchen, jetzt gucken wir erstmal unser Herz hier an, kriegen hier. Wo ist mein Hämmerchen? Mein kleines Hämmerchen. Ach nee, wir wissen ja, dass das gar nicht weg springt, warte mal. Und wenn, dann springt es irgendwo hin, dass es weit genug weg ist. Was brauchen wir denn? Den haben wir gar nicht, dann brauchen wir doch den hier. Okay, der nächste bitte. Ah nee, das haben wir wieder. Doch haben wir, geht alles. Geht gut, geht gut, geht gut. Also den Quatsch schmeißen wir weg, den braucht kein Mensch. Ja, ist gut. Wir müssen sowieso den ausmachen, den Magneten. Aber diesmal werden wir das versuchen so zu machen, dass wir besser sehen, wo der Spawns, oder wie der Spawns, da müssen wir was weiter weg sein, oder sowas. Ah nee, falsche, falsche Position. Äh, ich feier dich. Lass uns, let's have a party together, ey. Können wir das nicht mehr machen, let's play, nee, let's have party, oder so. Dann haben wir ganz viele Leute mit ganz vielen Bildschirmen, die wir so alle über Skype verbinden, und jeder hat eine Tasche Wein vor sich stehen, oder so. Ja, besten Dank für das Followen. Keine Ahnung warum und wer, aber kommt jetzt gleich. Da. Lisa W 2002. Also, okay. So, schmeißt man, den Kram doch mal wieder weg. Das ist ja wieder so, das müllt nur das Inventar voll. Ähm, so, Bienenchen rein. Also, wir schmeißen das mal von ziemlich oben. Vielleicht ist das ja im Vorbeifallen. Vielleicht geht das auch mal gucken. Ne, wir müssen ja die Plattform unten mal größer machen, dass es nicht zu tief wegfällt. Der, der Nächste. Herzlich Willkommen. Was ist das? Lisa X, X3, 3. Na gut. Lisa, 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 Lisa. So, mal gucken, dass das nicht wegfällt. Dass er im Vorbeifallen vielleicht den Dragon schon auslöst. Ja, ich glaube dem, ja, ja, ich glaube dem fehlt hier oben was. Nämlich, ähm, dem fehlt hier oben so eine Blümchen, so ein Blümchen fehlt ihm. Sind halt, Queens sind halt Mädchen, dann ist so. Da muss man mit leben können. So. Ejo. Das war mal eine ganz andere Position, aber ist auch nicht schlecht gewesen. Jetzt müssen wir nur ganz schnell die Biene da unten rausholen. Nicht, dass der meint, der könnte uns die Biene klauen. Und das Bienenhäuschen gerne hätte ich auch gerne. Das ist gar nicht uncool gewesen jetzt, ne? Vielleicht kann man das demnächst mit irgendeiner Art Droppe machen, oder was? Muss man mal gucken. Aber es muss der natürlich jetzt erstmal wieder kommen. Hier, komm her, Mensch. Wo bist du? Vielleicht kann man den denn bewusst oberhalb, nicht unterhalb, sondern oberhalb des Bienenhauses spornen lassen. Das hat ja auch, bis jetzt habe ich ihn mal unten drunter gebaut. Da kann man auch oben drauf bauen. Oder auch in einem gewissen Abstand vielleicht. Ja, schauen wir mal. Wo ist er jetzt? Komm, mach mal mit. Ich möchte ein Mach-Mit-Dragon. Los. Ey. Ein Mach-Mit-Dragon, bitte. Einmal Dragon-Dot. Los. Ab die Post. Ey, du Flasche. Wieso Wein klappt man mir noch nicht? Wein klappt immer. Also, früher im Mittelalter wurden die Kinder von der Muttermilch unmittelbar auf Wein umgesetzt. War das die einzige Art war, zu zwei Schuss und fertig. War das die einzige Art war, wo man vernünftiges Wasser konservieren konnte. Das wurde natürlich verdünnt irgendwie und so, aber das war klar, ne? Die waren immer drauf. Von Kindertal bis zum Tod. Natürlich, denke ich. Aber kann man auch zu stehen. Ich meine, Wein ist ja im Grunde nur was sehr Gesundes. Also, Scheiße, ehrlich, ne? Fre-Ride. Fre-Ride. Okay. Ich bin kein Opa, um das nochmal klarzustellen. Leute. Ihr habt da irgendwie die Biologie nicht ganz verstanden, glaube ich. War der das hier? Ne, der ist das nicht gewesen. Es sind aber schon so viele von diesen Dingern hier, wo man gar nicht mal weiß, wo denn jetzt... Da muss auf jeden Fall das... Ah, hier ist das. Nicht schon wieder rein. Nicht schon wieder rein. Und bitte schon mit. Alles einsammeln hier. Okay. Wo ist das Herz? Ah, da habe ich auch noch gefangen. Hab ich ein Schwein, ey. Okay. Von 11 bis 44 sind 33. Also, man kriegt so 33 plus X pro pro Shot. Heißt, wir müssen noch eine ganze Menge Dragons farmen. Auf Deutsch, wir werden am Ende der Woche den Mod sagen, die sollen das mal resetten, weil das hier alles voller Brunnen steht. Oder wir müssen hier so eine Ebene drüber schaffen. So eine Farm, so eine Ebene voller... So, sagen wir mal gucken. So verschwindet es jetzt mal. Angeblich geht das ja so. Ah ja, genau. Also das Feld ist offenbar nicht in den Brunnen rein. Das ist doch schon mal sehr konstruktiv. Cool ist die Sache. So. Und das Ganze nochmal, ne? Wir haben ja noch Platz hier für ein paar neue Brunnen, ne? Also ich meine... Aber diesmal probieren wir das wirklich nochmal aus. Das ist im Grunde genommen wo. Egal, wo dieser Eppere steht. Wir schmeißen das Dragon Eye einfach da drauf. Guck mal. Ich lese mal jetzt hier den Chat. Warte mal. Weinklapper, du könntest gute Geschichten vorlesen. Oh, ja, ist klar. So am besten Gute-Nacht-Geschichten. Da gibt es so Leute, die hören meine Streams und meine Videos so als Gute-Nacht-Geschichte mit dem Handy im Bett, ey. Oh, nee, ne? Gut. Ist das so langweilig, dass ihr dabei einschlafen könnt? Boah, mache ich immer was falsch, ne? Also das gibt es ja gar nicht, ne? Ich habe noch nie einen Opern. Ich denke mal, dass du durch die Streams sehr viele zusätzliche Zuschauer... Ja, werden wir sehen. Ich denke, das mit dem Stream hat einen riesen Vorteil, auch Nachteil, weil man das eben nicht durchdacht alles arbeiten kann und sonst wie. Aber die Streams haben einen Vorteil, man ist immer aktiv, interaktiv mit diesen Zuschauern. Das hat einen gewissen Reiz. Wenn das nicht nur diese Kitty-Scheiße ist, sondern wenn das Leute sind, die sich vernünftig unterhalten, so wie man sich, sagen wir mal, ja, ne, also nicht auf dem Schulhof, ne? Dann macht das doch Spaß, das ist doch in Ordnung, ne? So, bald brauchst du einen Bettdruck-Breaker, ja, irgendwie sowas, ja. Ja, ja, oder so eine, ich programmiere mal eine Turtle, die immer die ganzen Brunnen abbohrt. Die kann die Turtle Bettdruck abbohren, das geht nicht, ne? Ne, gut, da musst du eine Ebene drüber bauen, irgendwie sowas, ne? Die Lisa, da ist er doch gerade in die... Ja, genau, genau, genau. Hi Patrick, geht ab. So, jetzt machen wir nochmal weitere Tests, hier, wollen wir uns mal nicht aufhalten lassen von irgendwelchen, von irgendwelchen, das ist, so, wollen wir den mal da reinschmeißen. Direkt mal hier auf Schussbereitschaft, aber, also ich lasse den jetzt mal absichtlich von ziemlich hoch oben da drauf fallen. Moment mal, so, ne? Okay. Dann mal raus mit dem Ding. Ah, ne, da hatte ich jetzt meinen Magneten wieder an. Ja, Moment mal, die muss ich erst mal ausmachen. Mit Magnet ist das nicht. So. Upp. Na, nicht so weit, dass wir nichts sehen. Aber so, warte mal, wir machen das mal anders. Wir hatten doch vorhin die Überlegung, dass wir das Ding von vornherein oben drauf bauen, vielleicht, ne? Warte mal. Das machen wir mal. Wir gucken mal, wie hoch das oben drüber ist. Machen wir mal. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Jetzt legen wir das einmal in acht. Oben auf den achten Block drauf. Wenn das nicht klappt, können wir einen Block tiefer hauen, ne? Das geht ja auch, ne? Also, wir machen mal gucken. Wie kann ich das genau da drauf? Das eine genau drauf. Ey. Direkt schussbereit, für den Fall, dass es über Chief geht. Das Ei. Okay, das ist zu hoch. Jetzt müssen wir mal gucken. Das wäre sieben. Das wäre sechs. Das ist fünf. Vier. Ey. Drei. Hey, Dragon. Zwei. Eins. Ah. Okay. Aber er ist wieder in die Richtung gespawnt. Also in die Richtung fliegend. Dass man die Biene retten. Das ist wichtiger, dass der App Ferry. Den kriegen wir jetzt aber auch. Also er ist wieder in diese Richtung gespawnt. Hallo. Sonst hast du keine Probleme. Lässt du mich mal warten. Ja, jetzt hat er den Scheiß App Ferry geklaut. Ja, das ist ja schlimmer als ein Enderman, ehrlich. Also wollen wir mal gucken. Der spawnt, also mit Blick nach Austin. Also wollen wir uns mal Regen Mekka wenden. Okay, das heißt jetzt warten wir mal auf die Ferry. Komm her, du kriegst jetzt zwei Schuss vom Buch, dann ist eh Schluss. Komm zu mir. Los. Wo bist du? Da siehst du, das habe ich mit der Bedienungsanleitung gedroht und schon hat er Hose voll. So, komm her. Wo bist du? Hier im Kehlkatz zu sterben, weil hier ist Platz für Brunnen. Los. Hallo. Da muss ich immer suchen. Bitte schön. Dragon, komm mal mitmachen. Spiel mit. Dies ist ein Spiel mit Spiel. Nein. Bitte, du kommst hier hinten hin, weil ich möchte nicht da, wo die... Aber wir können auch hier. Den Brunnen können wir auch hier. Pass mal auf. Ja, hier ist zu viel. Ach, Mist ist das. Hier sind zu viele Brunnen. Wir müssen die echt mal abschaffen. Komm hier hin. Das ist immer mehr Platz. Los, komm. Hi nun. Los. Stell dir so an. Ich lese mal. Ach, da ist sie schon auch so kum. Was habt ihr denn für Schmerze? Zum Thema... Der Patrick, das schmeißt dann raus. Tschüss. Leute, die sich nicht benehmen können, die sind draußen. Das war ganz einfach. Vielleicht sollte man die direkt mal so... Kann man das nicht machen, dass die Leute, die gebannt sind, auch den Video nicht mehr gucken? Ey, 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 bei mir, bei mir, bei mir. Ey. Zwei Schüsse daneben, oder was? Wie blöd war das jetzt? Komm, Puttchen, mach mal. Ich will nicht so lange warte, das dauert. Set auf. Ich will noch einen probieren. Wir können ja gleich mehrere auf einmal spawnen lassen. Aber wenigstens einen, den wir treffen können. Können sich vielleicht verabreden, wie so einen... Wie so einen... Ah, ja, ja, genau, genau. Ey. Einer, der ist gerade joining unserer Systematik. Mika, 2710. Hello. Welcome to the Machine. Wo ist der denn jetzt? Warum macht der immer so Ausflüge? Hat der einen Freischwimmer oder einen Freiflugschein, oder was? Wochenendticket, oder wie? Hallo. Hier, da ist er, Moment, ich muss mal eben kurz einen Drachen ballern. Hey. Vollwixer. Ein paar Mal daneben schießen. Aber hier ist wenigstens kein Ding ist drunter, kein Brunnen. So, mal gucken. Ah, der Name ist schon weg. Sorry. Also natürlich auch, wie auch immer du jemals heißen magst, selbstverständlich bist du, auch du herzlich willkommen in dem ganzen System hier. Ich muss mal eben den Magneten anschalten und ein paar Draconics-Dings einsammeln, sonst sind sie gleich in den Brunnen verschwunden, oder ich, oder was auch immer. So, das Herz bitte hätte ich auch gerne. Und dann kümmere ich uns um das, um das, äh, Drachen ein. So, okay, gucke. Herz, komm zu mir. Mach es hinne. Message Deleted, was ist das denn? Okay. Also, habe ich jetzt, okay. Okay. Dann bauen wir jetzt mal den, hoffentlich ist das jetzt nicht eine Spawn Protection. Das wäre doof. Glück gehabt. Schauen wir mal, hoffentlich kann ich das hier abbauen überhaupt. Das wäre natürlich voll doof. Da, passt, 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 passt. Alles gut. So. Ähm, mit dem Paysafe, das musst du dir, also Patrick, ja genau. Ähm, das müssen wir nochmal im Teamspeak gleich mal versuchen. Ähm, wir machen, äh, ich mache jetzt gleich mal einfach so ein, sagen wir mal so eine halbe Stunde Cut. Nicht, weil ich nicht will, sondern weil wir dann die Zeit nutzen, äh, vielleicht mit diesem Paysafe irgendwie voranzukommen, dass das geht. Das muss ich mit dem Patrick dann beschwärten, der hat das nämlich dieses Programm sich mal angeguckt. Und ich habe mir das ja nicht angeguckt. Ich habe ja quasi den Entertainer gemacht. Heißt, ihr macht gleich mal, äh, einmal Kaffee, wisst ihr, was ihr macht am besten, ne? Geht mal zu euren Eltern, wenn ihr, je nach Alter, ne, geht ihr zu Eltern, sagt, Mama, Mama, ich gucke gar kein Computerspiel. Und dann sitzen die Eltern vielleicht vor dem Fernseher und sagen, ach, Tolkien, guckst du mal mit Fernseher, das Sitcom ist toll, ne? So, setzt sich eine halbe Stunde daneben, streichelt es Mama und sagt, pass mal auf, äh, boah, ich habe was Besseres zu tun. Und dann kommst du wieder. In der Zwischenzeit haben wir das geklärt, vielleicht. Ähm, du, 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 ja, ne, wir werden mal gucken. Also, Patrick, ich gehe jetzt sowieso mal im Teamspeak. Wir machen das jetzt mal ganz ad hoc. Wir haben ja nur genug Drachen, der ist gejagt. Jetzt gucken wir mal gucken, diese Deck 63, zwei Stecks von diesem Ende, das ist sehr wenig. Aber gut, wir haben hier alles vollgeflassert mit dem Boden, guck mal hier, äh, da kommen noch ein paar mehr dazu. Jut, ähm, okay, ich gehe mal im Teamspeak und schaue mal, wie wir damit weiterkommen. Ähm, du, 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 Teamspeak ist wo? Habe ich das überhaupt schon gestartet? Doch, habe ich. Ähm, hallo. Achso, hast du mich schon irgendwo hingezogen, oder was? Ja, genau. Ja, perfekt, perfekt, ja, und, ähm, Ich mache mal hier den Ingame, ich stoppe mal den Stream hier einfach, ich mache ja sowieso nichts. Dann können wir nicht in Ruhe hier quasseln. Und dann können wir, da erase, wie wir machen, werden dann, derisch Silvana vedere. Bitte ganz schön.